Ihr Recht auf Wohlstand Sie haben ein Anrecht auf Wohlstand. Sie sind hier, um ein glückliches, von tiefer Freude erfülltes Leben in Freiheit zu führen. Darum haben Sie auch Anspruch auf die notwendigen Geldmittel, um ein solches erfülltes und glückliches Leben in Wohlstand zu führen. Armut ist keine Tugend. Vielmehr handelt es sich dabei um ein geistiges Fehlverhalten, das vom Erdboden verschwinden sollte. Sie sind auf diese Welt gekommen, um zu wachsen und sich zu entfalten, sowohl seelisch als auch geistig und materiell. Sie besitzen das unabdingbare Recht, sich in jeglicher Hinsicht voll und ganz zu entwickeln und zu verwirklichen. Sie sollten sich mit Schönheit und Luxus umgeben können. Warum sich mit dem Allernotwendigsten zufriedengeben, wenn Sie auch unerschöpflichen Reichtum genießen könnten? Dieses Hörbuch wird Sie lehren, wie Sie sich das Geld zum Freund machen, damit Sie stets mehr davon haben, als Sie brauchen. Ihr Streben nach Reichtum ist nur ein Streben nach einem erfüllten, glücklichen, schönen Leben. Es ist ein kosmisches Bestreben und darum etwas Gutes, sogar etwas sehr Gutes. Beginnen Sie, Geld in seiner wahren Bedeutung zu betrachten. Es ist ein symbolisches Tauschmittel. Es bedeutet Freiheit vom Mangel. Es bedeutet Schönheit, Luxus, Überfluss und kultivierte Lebensart. Vielleicht sagen Sie sich beim Anhören dieses Kapitels, ich möchte mehr Geld. Eigentlich steht mir ein höheres Gehalt zu, als ich im Augenblick bekomme. Meiner Meinung nach beziehen die meisten Menschen ein höchst unangemessenes Gehalt. Dass die Menschen nicht mehr Geld besitzen, liegt unter anderem daran, dass sie es entweder stillschweigend oder ganz offen verdammen. Sie bezeichnen Geld als schnöden Mammon, sind der Meinung, die Liebe zum Geld sei die Wurzel allen Übels etc. Ein weiterer Grund, weshalb die Menschen nicht in Wohlstand leben, ist, dass in ihrem Unterbewusstsein das Gefühl herumspukt, Armut sei etwas Tugendhaftes. Ein solches unbewusstes Muster kann seine Ursachen in der frühkindlichen Erziehung haben, in einem Aberglauben, oder aber es basiert auf einer Fehldeutung religiöser Lehren. Armut ist keineswegs eine Tugend. Armut ist eine geistige Fehlfunktion. Wenn Sie sich körperlich unwohl fühlen, gehen Sie davon aus, dass etwas mit Ihnen nicht stimmt. Sie würden sich sofort Hilfe suchen oder irgendetwas anderes unternehmen, um möglichst rasch gesund zu werden. Auch andauernde Geldknappheit ist ein Symptom dafür, dass in Ihrem Leben etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Geld ist lediglich ein Symbol. Im Laufe der Jahrhunderte hatte es in seiner Funktion als Tauschmittel schon vielerlei Gestalt, Salz, Perlen und andere kleinere Wertgegenstände. In alter Zeit wurde der Reichtum eines Mannes an der Anzahl seiner Schafe oder Rinder bemessen. Nun ist es aber wesentlich praktischer, eine Überweisung zu machen, wenn Sie eine Rechnung bezahlen wollen, als immerzu ein paar Schafe mit sich zu führen. Es ist nicht Gottes Wille, dass Sie in einer armseligen Hütte hausen oder am Hungertuch nagen. Gott will, dass Sie glücklich sind, wohlhabend und erfolgreich. Gott ist immer erfolgreich, in allem, was er tut, ob er nun einen Stern erschafft oder den Kosmos. Vielleicht würden Sie gerne eine Weltreise machen, im Ausland studieren, auf die Universität gehen oder Ihre Kinder auf eine bessere Schule schicken. Bestimmt möchten Sie, dass Ihre Kinder in einer liebevollen Umgebung aufwachsen, damit sie ein Gefühl für Schönheit, Ordnung, Symmetrie und Proportionen entwickeln und diese Dinge schätzen lernen. Sie wurden dazu geboren, erfolgreich zu sein, etwas zu erreichen, alle Schwierigkeiten zu überwinden und ihre Fähigkeiten voll und ganz zu entwickeln. Wenn es also einen finanziellen Mangel in Ihrem Leben gibt, dann sollten Sie etwas dagegen tun. Befreien Sie sich auf der Stelle von den merkwürdigen abergläubischen Auffassungen von Geld. Betrachten Sie Geld niemals als etwas Schlechtes oder Schmutziges. Wenn Sie das tun, wachsen ihm Flügel und es verschwindet einfach aus Ihrem Leben. Vergessen Sie nicht, was Sie verachten, das verbannen Sie aus Ihrem Leben. Nehmen wir einmal an, Sie haben im Garten Gold, Silber, Blei, Kupfer oder Eisen gefunden. Würden Sie diese Dinge als etwas Böses betrachten? Gott sagt, dass alle Dinge gut sind. Das Böse hat seinen Ursprung im vernebelten Verständnis des Menschen, in seinem unerleuchteten Geist, in seiner Fehlinterpretation des Lebens und seinem Missbrauch der göttlichen Kraft. Uran, Blei oder jedes beliebige andere Metall hätten ebenso gut als Tauschmittel verwendet werden können. Wir dagegen benutzen Münzen, Papierscheine etc. Die Banknote an sich ist ganz bestimmt nicht böse, genauso wenig wie das Münzgeld. Physiker und andere Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der einzige Unterschied zwischen den verschiedenen Metallen in der Anzahl und der Beschleunigung der Elektronen liegt, die um einen zentralen Kern kreisen. Heute kann man ein Metall in ein anderes umwandeln, indem man es in einem mächtigen Teilchenbeschleuniger mit Atomen beschießt. Unter bestimmten Umständen verwandelt sich Gold in Quecksilber. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis man in der Lage ist, Gold, Silber und andere Metalle im chemischen Labor synthetisch herzustellen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man in Elektronen, Neutronen, Protonen oder Isotopen etwas Böses sehen kann. Das Stück Papier in ihrer Börse besteht auch nur aus Elektronen und Protonen in unterschiedlicher Anordnung. Ihre Anzahl und Schwingungsfrequenz unterscheidet das Papier von den Münzen. Aber das ist auch schon alles. Nun werden manche Leute sagen, aber die Menschen töten für Geld, sie stehlen für Geld. Ja, Geld war Auslöser unzähliger Verbrechen, aber dadurch wird es nicht so etwas Bösem. Ein Mann bezahlt vielleicht dafür, um jemanden töten zu lassen. Damit missbraucht er das Geld für einen zerstörerischen Zweck. Mit elektrischem Strom kann man ebenso einen Menschen töten wie das eigene Haus erleuchten. Mit Wasser lässt sich der Durst eines Babys löschen, aber auch ein Kind ertränken. Feuer kann man dazu nutzen, um ein Kind aufzuwärmen oder es damit zu verbrennen. Ein weiteres Beispiel Würden sie aus ihrem Garten etwas Erde holen und sie zum Frühstück in ihre Kaffeetasse füllen, dann hätten sie etwas sehr Dummes getan. Aber nicht die Erde ist deshalb dumm, ebenso wenig wie der Kaffee. Die Erde ist einfach nur am falschen Ort, denn eigentlich gehört sie in ihren Garten. Oder steckt ihnen eine Nadel im Daumen, dann ist das ihr Verdienst. Die Nadel gehört schließlich ins Nadelkissen und nicht in ihren Daumen. Die Mächte bzw. Elemente der Natur sind nicht böse. Erst die Art, wie wir sie für uns nutzen, entscheidet darüber, ob sie ein Segen für uns sind oder uns schaden. Einmal sagte ein Mann zu mir, ich bin Bankrott, ich kann Geld nicht ausstehen, es ist die Wurzel allen Übels. Wenn sie nur das Geld lieben und alles andere aus ihrem Leben ausblenden, dann leben sie einseitig und geraten aus dem Gleichgewicht. Sie sind hier auf Erden, um ihre Macht oder Autorität mit Weisheit zu gebrauchen. Manche Menschen streben nach Macht, andere streben nach Geld. Wenn sie ihr Leben dem Geld weihen und sagen, das ist alles, was ich will, ich werde mein Tun einzig darauf ausrichten, möglichst viel Geld anzuhäufen, nichts anderes zählt für mich, dann werden sie zweifellos zu Geld kommen und es zu einem Vermögen bringen. Nur übersehen sie dabei, dass der Mensch ein ausgewogenes Leben führen sollte. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wenn sie beispielsweise einer Bewegung oder einer religiösen Gruppierung angehören und für diese Sache einen gewissen Fanatismus entwickeln, sich von ihren Freunden, der Gesellschaft und allen sozialen Aktivitäten abschneiden, geraten sie in ein Ungleichgewicht. Sie fühlen sich gehemmt und frustriert. Die Natur verlangt nach Balance. Beschäftigen sie sich ausschließlich mit weltlichen Dingen und mit Besitztümern, dann entwickeln sie einen Hunger nach innerem Frieden, nach Harmonie, Liebe, Freude oder vollkommene Gesundheit. Sie werden feststellen, dass sie nichts davon kaufen können. Sie können durchaus ein Vermögen anhäufen oder Millionen verdienen. Das ist weder schlecht noch böse. Die Liebe zum Geld unter Ausschluss aller anderen Dinge führt zu Frust, Enttäuschung und Ernüchterung. In dieser Hinsicht ist es tatsächlich die Wurzel ihres persönlichen Übels. Wenn sie Geld zu ihrem einzigen Lebensinhalt erklären, dann haben sie schlicht und einfach eine Fehlentscheidung getroffen. Sie dachten vielleicht, es sei das Einzige, was sie je wollten. Nach vergeblichen Mühen sind sie jedoch zu der Einsicht gekommen, dass sie nicht nur Geld brauchen. Wonach sie sich eigentlich sehnen, ist der rechte Platz im Leben, innerer Friede und Fülle. Sie können eine Million besitzen oder auch mehrere Millionen und darüber hinaus inneren Frieden, Harmonie, vollkommene Gesundheit und göttliche Selbstverwirklichung finden. Jeder wünscht sich genügend Geld, und zwar nicht nur genug, um gerade so über die Runden zu kommen. Wir wollen die Fülle und noch ein bisschen mehr als Reserve. Und das steht uns zu. Unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und unser Drang nach Essen, Kleidung, Häusern, besseren Transportmitteln, Selbstverwirklichung, Nachwuchs und Fülle sind uns von Gott gegeben. Sie sind göttlich und gut. Wir aber lenken diesen Drang, diese Wünsche und Bedürfnisse manchmal in die falsche Richtung, und dann ziehen sie negative Erlebnisse nach sich. Der Mensch an sich ist nicht schlecht. An ihnen ist nichts Schlechtes. Es ist Gott, die universelle Weisheit oder das Leben selbst, das durch sie Ausdruck finden will. Ein Beispiel. Ein Junge möchte an einer Hochschule studieren, aber er hat nicht genug Geld. Er sieht, wie andere Jungen aus seiner Nachbarschaft auf die Universität gehen, und sein Wunsch verstärkt sich. Er sagt sich, ich möchte auch eine gute Ausbildung. Ein solcher Junge lässt sich vielleicht hinreißen zu stehlen oder Geld zu unterschlagen, um studieren zu können. Der Wunsch, ein Studium zu absolvieren, ist im Grunde ja ein guter Wunsch. Der Junge lenkte diesen Wunsch mit seinem destruktiven Verhalten allerdings in eine falsche Richtung und brach damit die Gesetze der Gesellschaft, das kosmische Gesetz der Harmonie, beziehungsweise die goldene Regel. Folglich steckt er in ziemlichen Schwierigkeiten. Wäre sich dieser Junge der Gesetze des Geistes und seiner eigenen uneingeschränkten Möglichkeiten bewusst, indem er seine geistigen Fähigkeiten nutzt, um auf die Universität zu gehen, dann wäre er jetzt frei und müsste nicht im Gefängnis sitzen. Wer aber hat ihn ins Gefängnis gebracht? Er selbst ist es gewesen. Die Polizisten, die ihn ins Gefängnis sperrten, führten lediglich die von Menschen gemachten Gesetze aus, die der Junge gebrochen hatte. Zuvor aber sperrte er sich in seinem Geist ein, indem er andere bestahl und damit Schaden zufügte. Darauf folgten Angst und Schuldgefühle, ein Gefängnis des Geistes, dem ein Gefängnis aus Mauern folgen musste. Geld ist ein Symbol für den Überfluss, die Schönheit, kultivierte Lebensart und die Fülle Gottes. Wir sollten es weise, vernünftig und konstruktiv verwenden, damit es der Menschheit auf vielerlei Weise ein Segen sein kann. Es ist nicht mehr als ein Symbol für die wirtschaftliche Gesundheit einer Nation. Solange ihr Blut ungehindert zirkulieren kann, sind sie gesund. Solange in ihrem Leben Geld frei zirkulieren kann, sind sie wirtschaftlich gesund. Wenn die Menschen anfangen, Geld zu horten, es in Blechdosen aufzubewahren und Angst davor haben, es zu verlieren, dann ist das wirtschaftlich ungesund. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 löste eine psychologische Panik aus. Angst bemächtigte sich der Menschen in aller Welt, eine Art von bösem, hypnotischem Zauber. Sie leben in einer subjektiven wie auch objektiven Welt. Sie dürfen die seelische Nahrung in ihrem Leben keinesfalls vergessen. Innerer Frieden, Liebe, Schönheit, Harmonie, Freude und Lachen. Das Wissen um die geistige Kraft ebnet den Weg zur königlichen Straße, die zu Reichtum jeglicher Art führt, gleich ob ihr Wunsch seelischer, geistiger oder materieller Natur ist. Wer die Gesetze des Geistes bzw. das geistige Prinzip studiert, gelangt zu der festen Überzeugung, dass er unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, Börsenschwankungen, Flauten, Streiks, Kriegen oder anderen Bedingungen und Umständen stets bestens versorgt sein wird. In welcher Form das Geld auch kommen mag. Ein solcher Mensch ruht in einem Wohlstandsbewusstsein. Er hat es geschafft, seinen Geist davon zu überzeugen, dass in seinem Leben immer reichlich Geld fließt und er stets einen göttlichen Überschuss verbuchen kann. Selbst wenn morgen ein Krieg ausbreche und alles Geld plötzlich wertlos wäre wie nach dem Ersten Weltkrieg, würde er dennoch Wohlstand anziehen und wäre immer bestens versorgt, ganz gleich wie eine neue Währung aussähe. Wohlstand ist ein Bewusstseinszustand. Der Geist ist darauf konditioniert, dass die göttliche Versorgung stets gewährleistet bleibt. Ein wissenschaftlich denkender Mensch würde Geld mit den Gezeiten vergleichen. Es geht in die Welt hinaus, aber es kommt immer wieder zurück. Auf die Gezeiten ist ebenso Verlass wie darauf, dass wir stets bestens versorgt sind, wenn wir nur auf jene unermüdliche, konstante, unsterbliche Präsenz vertrauen, die allgegenwärtig und unablässig fließt. Wer also versteht, wie das Unterbewusstsein funktioniert, wird sich nie und nimmer um die wirtschaftliche Lage sorgen. Er fürchtet weder die Panik an den Börsen noch eine Geldentwertung oder Inflation, denn er ruht in dem Bewusstsein, dass Gott uns immer alles bereitstellt, was wir brauchen. Ein solcher Mensch ist stets durch eine allesüberschauende Präsenz versorgt und behütet. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr, denn sie? Wenn sie bewusst mit der göttlichen Präsenz in Kommunikation treten, wenn sie überzeugt davon sind und Anspruch darauf erheben, von ihr geführt und geleitet zu werden auf all ihren Wegen, dass sie das Licht auf ihrem Weg ist, dann wird ihnen göttlicher Wohlstand zuteil, wie sie es selbst in ihren kühnsten Träumen nicht zu hoffen wagten. Eine einfache Möglichkeit, um ihrem Unterbewusstsein die Vorstellung von konstanter Versorgung bzw. Wohlstand einzuprägen, bringen sie die Mühlräder ihres Geistes zum Stillstand. Entspannen sie sich. Lassen sie los. Lassen sie ihr Denken ruhen. Versetzen sie sich in einen schläfrigen, dämmernden, meditativen Bewusstseinszustand. Dadurch verringert sich der zu leistende Aufwand auf ein Minimum. In diesem stillen, entspannten, passiven Zustand denken sie über die folgenden schlichten Wahrheiten nach. Fragen sie sich, woher die Gedanken kommen. Woher kommt Reichtum? Woher kommen sie selbst? Woher kommen ihr Gehirn und ihr Geist? Das fühlt sie zurück zu jener einen Quelle. Jetzt haben sie sich eine geistige Arbeitsgrundlage geschaffen. Nun wird ihnen der Gedanke, dass Reichtum ein Bewusstseinszustand ist, nicht mehr wie eine Beleidigung ihrer Intelligenz vorkommen. Nehmen sie sich den folgenden kurzen Satz zu Herzen und wiederholen sie ihn ganz langsam drei bis viermal täglich, vier oder fünf Minuten lang im Stillen, vor allem kurz vor dem Schlafen gehen. Geld zirkuliert bis in alle Ewigkeit frei in meinem Leben und ich werde stets einen göttlichen Überschuss verbuchen können. Wenn sie das regelmäßig und systematisch fortführen, wird die Vorstellung von Reichtum in die tieferen Schichten ihres Geistes vordringen und sie werden ein Wohlstandsbewusstsein entwickeln. Ein Wohlstandsbewusstsein entsteht allerdings nicht durch stumpfes mechanisches Wiederholen dieses Satzes. Sie müssen die Wahrheit dieser Affirmation auch zu fühlen beginnen. Sie wissen, was sie da tun und warum sie es tun. Sie wissen, dass ihr innerstes Selbst empfänglich ist für das, was sie ganz bewusst als Wahrheit anerkennen. Zu Anfang erzielen Menschen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, nicht die gewünschten Ergebnisse, wenn sie Affirmationen verwenden wie »Ich bin reich, ich bin wohlhabend, ich bin erfolgreich«. Derartige Aussagen könnten ihre Situation sogar noch verschlimmern. Der Grund dafür liegt im Unterbewusstsein, das lediglich den Dominanteren von zwei Gedanken oder das Dominantere von zwei Gefühlen akzeptiert. Wenn eine Person also sagt »Ich bin reich«, obwohl sie vorrangig ein Gefühl des Mangels empfindet, dann erhebt sich eine Stimme in ihrem Inneren, die sagt »Nein, du bist überhaupt nicht reich, du bist pleite.« Das Gefühl des Mangels dominiert. Darum wird jede anderslautende Affirmation ebenfalls ein Mangelgefühl hervorrufen, wodurch nur noch größerer Mangel entsteht. Um das zu überwinden, sollten Anfänger zunächst nur Affirmationen verwenden, die das Bewusstsein und das Unterbewusstsein wirklich akzeptieren können. Dann entsteht auch kein Widerspruch. Unser Unterbewusstsein nimmt unsere Ansichten, Gefühle, Überzeugungen und das, was wir im Bewusstsein als wahr empfinden, als gegeben hin. Man könnte sich die Mitarbeit des eigenen Unterbewusstseins zum Beispiel sichern, indem man sagt »Ich bin jeden Tag ein wenig erfolgreicher. Jeden Tag wachse ich an Wohlstand und Weisheit. Jeden Tag vervielfacht sich mein Reichtum. Mir geht es finanziell immer besser. Ich wachse und mache Fortschritte.« Diese und ähnliche Aussagen würden keinen Konflikt mit dem Verstand verursachen. Wenn ein Schuhverkäufer beispielsweise nur wenig Geld in seiner Börse hat, dann sollte es ihm leicht fallen zu behaupten, morgen hätte er mehr Geld in der Börse. Wenn er am nächsten Tag dann ein paar Schuhe verkauft, erhebt sich in seinem Inneren keine Stimme dagegen, dass sein Umsatz steigt. Er könnte dafür eine der folgenden Affirmationen benutzen. »Jeden Tag steigen meine Umsätze. Ich komme immer besser voran und mache Fortschritte.« Diese Sätze sind psychologisch einwandfrei und für den Verstand rundherum akzeptabel und bringen die erwünschten Resultate hervor. Menschen, die aus der Stille ihres Geistes, dem Wissen und dem Gefühl heraus bereits sagen können, »Ich bin wohlhabend, ich bin erfolgreich, ich bin reich«, erzielen ebenfalls hervorragende Ergebnisse. Wie aber ist das möglich? Wenn sie denken, fühlen oder sagen, »Ich bin reich«, dann meinen sie damit, dass Gott uneingeschränkte Versorgung oder unerschöpflicher Reichtum ist. Und was auf Gott zutrifft, das trifft gleichermaßen auf sie selbst zu. Wenn sie sagen, »Ich bin reich«, dann wissen sie, dass Gott eine unerschöpfliche Schatzkammer ist. Und was für Gott gilt, gilt folglich auch für sie selbst, denn Gott ruht in ihnen. Viele Menschen erzielen fantastische Ergebnisse, in dem sie sich drei abstrakten Gedanken widmen. Gesundheit, Wohlstand und Erfolg. Gesundheit ist eine göttliche Realität oder eine Eigenschaft Gottes. Auch der Wohlstand kommt von Gott. Er ist ewig und unerschöpflich. Der Erfolg kommt von Gott. Gott ist immer erfolgreich, in all seinem Tun. Doch wie erzielen diese Menschen nun eigentlich solch erstaunliche Ergebnisse. Wenn sie morgens vorm Spiegel stehen und sich rasieren, dann wiederholen sie dabei fünf bis zehn Minuten lang Gesundheit, Wohlstand und Erfolg. Sie sagen nicht, »Ich bin gesund« oder »Ich bin erfolgreich«. Sie erschaffen keinen Widerstand im Geiste. Sie sind ruhig und entspannt. Dadurch ist ihr Geist empfänglich und passiv. In diesem Zustand wiederholen sie diese drei Worte, die erstaunliche Resultate nach sich ziehen. Dabei tun sie nichts weiter, als sich mit Wahrheiten zu identifizieren, die ewig, unveränderlich und zeitlos sind. Auch sie können ein Wohlstandsbewusstsein entwickeln. Setzen sie die in diesem Hörbuch formulierten und ausgearbeiteten Prinzipien in die Tat um und die Wüste in ihrem Inneren wird erblühen wie eine Rose. Vor vielen Jahren habe ich in Australien mit einem jungen Mann gearbeitet, der Chirurg werden wollte, aber überhaupt kein Geld besaß. Auch einen Schulabschluss hatte er nicht gemacht. Seinen Lebensunterhalt bestritt er, indem er in Arztpraxen sauber machte, Fenster putzte und alle möglichen Gelegenheitsarbeiten übernahm. Er erzählte mir, dass er jeden Abend, wenn er zu Bett ging, eine ärztliche Zulassung vor sich an einer Wand hängen sah, auf der in großen, fetten Buchstaben sein Name geschrieben stand. In den Arztpraxen, in denen er arbeitete, putzte und polierte er jeden Tag solche gerahmten Diplome. Darum fiel es ihm nicht schwer, sich ein Diplom im Geiste einzuprägen und es dort weiterzuentwickeln. Ich weiß nicht, wie lange er diese Visualisierungsübung fortführte, aber ein paar Monate müssen es wohl gewesen sein. Seiner Beharrlichkeit folgten schließlich auch entsprechende Ergebnisse. Einer der Ärzte fand Gefallen an diesem jungen Mann. Nachdem er ihm beigebracht hatte, wie man Instrumente sterilisiert, Injektionen setzt und diverse andere Erste-Hilfe-Maßnahmen ergreift, ernannte er ihn zum medizinisch-technischen Assistenten in seiner Praxis. Jener Arzt schickte ihn auf eigene Kosten zur Schule und später auch auf die Universität. Heute ist dieser Mann ein berühmter Arzt und lebt in Montreal, Kanada. Er hatte einen Traum, ein deutliches Bild vor seinem geistigen Auge. Sein Wohlstand war in seinem Geist. Wohlstand ist ihr Gedanke, ihr Wunsch, ihr Talent, ihre Freude am Dienen, ihr Beitrag zum Wohle der Menschheit, ihre Fähigkeit der Gesellschaft von Nutzen zu sein und ihre Liebe zur Menschheit im Allgemeinen. Dieser junge Mann bediente sich völlig unbewusst einer großartigen Gesetzmäßigkeit. Thomas Chard, ein englischer Autor, der die neue Geistbewegung maßgeblich beeinflusste, sagt, wenn sie das Ziel deutlich vor Augen haben, dann ziehen sie auch die Mittel zur Verwirklichung dieses Zieles an. Ziel dieses Jungen war es, Arzt zu werden. Die Vorstellung, schon jetzt ein Arzt zu sein, sich selbst als solcher zu sehen und das als Realität zu spüren, mit diesem Gedanken zu leben, ihn zu stärken, zu nähren und zu lieben, bis die bildliche Vorstellung davon, bis ins Unterbewusstsein vordringt, all dies wurde für den Jungen zu einer Überzeugung und ebnete schließlich den Weg zur Erfüllung seiner Träume. Ebenso gut hätte er sagen können, ich habe keine Ausbildung, ich kenne nicht die richtigen Leute, ich bin zu alt, um jetzt noch einmal zur Schule zu gehen, ich habe kein Geld, es würde Jahre dauern und ich bin nicht intelligent genug. Er hätte schon verloren gehabt, noch ehe er überhaupt angefangen hätte. Sein Wohlstand äußerte sich darin, dass er es verstand, die geistige Macht in seinem Innern zu nutzen, die seinen Vorstellungen schließlich Gestalt verlieh. Wie und auf welche Weise unsere Gebete erhört werden, bleibt uns meist verborgen. Allerdings können wir hin und wieder intuitiv einen Teil des Prozesses erfassen. Meine Wege sind unergründlich. Die Wege bleiben unerkannt. Das Einzige, was der Mensch wirklich tun muss, ist das Resultat vor sich zu sehen und es im Geiste als gegeben hinzunehmen, während er dessen Verwirklichung seiner inneren Weisheit anvertraut. Viele Menschen fragen sich, was tue ich, nachdem ich über das Resultat meditiert und meinen Wunsch im Bewusstsein akzeptiert habe? Die Antwort ist einfach. Sie werden ganz automatisch tun, was immer nötig ist, damit sich ihr Ideal verwirklichen kann. Das Gesetz des Unterbewusstseins ist zwingend. Das Gesetz des Lebens besteht in Aktion und Reaktion. Unser Handeln ist die ganz natürliche Reaktion auf die inneren Bewegungen des Geistes, der Gefühle und der Überzeugungen. Vor ein paar Monaten stellte ich mir beim Schlafengehen vor, dass ich eines meiner erfolgreichsten Bücher, Magic of Faith, auf Französisch las. Ich sah vor meinem geistigen Auge, wie dieses Buch in allen französischsprachigen Nationen auf den Markt kommt. Mehrere Wochen lang wiederholte ich dieses Prozedere Abend für Abend. Während ich einschlief, hielt ich im Geiste die französische Ausgabe von Magic of Faith in meinen Händen. Kurz vor Weihnachten desselben Jahres erhielt ich einen Brief von einem der größten Verleger in Paris, dem ein Vertrag beigefügt war, mit der Bitte, ich möge ihn unterschreiben und ihm damit die Erlaubnis erteilen, in sämtlichen französischsprachigen Ländern eine französische Ausgabe von Magic of Faith zu publizieren und zu vertreiben. Nun fragen Sie mich vielleicht, was ich wegen der Veröffentlichung dieses Buches nach meinem Gebet unternommen habe. Meine Antwort darauf würde lauten, gar nichts. Meine innere Weisheit übernahm das Ruder und sorgte dafür, dass mein Wunsch sich auf seine eigene Weise manifestierte. Und es verlief sehr viel besser, als ich es bewusst je hätte herbeiführen können. Jede unserer äußeren Bewegungen, Regungen und Handlungen folgt den inneren Bewegungen des Geistes. Inneres Handeln geht dem äußeren Handeln stets voraus. Welche Schritte sie unternehmen und was auch immer sie objektiv zu tun scheinen, alles folgt stets als einem Muster, das sie zwangsläufig erfüllen müssen. Indem sie das Ergebnis akzeptieren, öffnen sie die Tür für die Mittel und Wege, es zu realisieren. Überzeugen sie sich davon, dass sie das Ergebnis bereits erreicht haben, dann werden sie es auch bekommen. Wir müssen aufhören, das Gute zu verleugnen. Wir müssen erkennen, dass es einzig und allein unsere geistige Einstellung ist, beziehungsweise unsere Art, Gott, das Leben und die Welt im Allgemeinen zu betrachten, die uns von dem Reichtum trennt, der uns ständig umgibt. Überzeugen sie sich von der positiven Annahme, dass es keinen Grund gibt, weshalb sie nicht haben, sein oder tun sollten, was auch immer sie durch die großen Gesetze Gottes erreichen wollen. Und handeln sie danach. Ihr Wissen um die Funktionsweise ihres Geistes ist ihr Retter und Erlöser. Gedanken und Gefühle sind ihr Schicksal. Kraft ihres Bewusstseins besitzen sie alles, was sie brauchen. Ein Gesundheitsbewusstsein bringt Gesundheit hervor. Ein Wohlstandsbewusstsein bringt Wohlstand hervor. Manchmal scheint die Welt ihnen das, worum sie bitten, verweigern oder sich dem entgegenstellen zu wollen. Manchmal halten ihre Sinne sie zum Narren und verspotten sie. Wenn sie einem Freund erzählen, dass sie ein neues Geschäft eröffnen wollen, dann zählt er ihnen womöglich sämtliche Gründe dafür auf, weshalb sie zum Scheitern verurteilt sind. Sollten sie für diesen hypnotischen Zauber empfänglich sein, dann gelingt es ihm vielleicht, ihrem Geist die Angst vor dem Scheitern einzuflößen. Wenn sie sich die geistige Macht bewusst machen, die ganzheitlich und unteilbar ist und unmittelbar auf ihre Gedanken reagiert, dann werden sie die Dunkelheit und die Ignoranz der Welt abwehren können und wissen, dass sie die Mittel, die Macht und das Wissen, das für ihren Erfolg nötig ist, bereits besitzen. Wollen sie auf der königlichen Straße zum Reichtum wandeln, dürfen sie anderen weder Hindernisse und Hürden in den Weg stellen, noch dürfen sie ihnen gegenüber Eifersucht oder Neid aufkommen lassen. Wenn sie diese negativen Empfindungen gewähren lassen, verletzen sie nur sich selbst, denn letztlich denken und fühlen sie diese Dinge selbst. Den Rat, sagte Phineas Parkhurst Quimby, ein Vertreter der Neugeist Bewegungen des positiven Denkens, den Rat, den man anderen gibt, befolgt man selbst. Dies ist der Grund, weshalb die goldene Regel ein kosmisches, ein göttliches Gesetz ist. Mit großer Sicherheit haben sie schon einmal jemanden sagen hören, der Kerl ist ein Gauner, es ist ein Ganove, der verschafft sich sein Geld auf unehrliche Weise, es ist ein Fälscher, den kannte ich noch, da hatte er gar nichts, der ist unehrlich, ein Dieb und ein Schwindler. Schaut man sich einen Menschen, der solche Reden führt, einmal genauer an, dann wird man feststellen, dass er selbst oft ein Gefühl des Mangels empfindet oder mit finanziellen oder gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Vielleicht klettern seine früheren Studienkollegen auf der Erfolgsleiter schneller nach oben als er und haben ihn übertroffen. Nun ist er verbittert und neidet ihnen ihren Erfolg. Und meist ist genau diese Missgunst die Ursache seines eigenen Misserfolgs. Die negative Einstellung zu seinen früheren Freunden und deren Wohlstand versperrt ihm den Weg zu dem Reichtum, den er sich für sich selbst wünscht. Er verdammt die Dinge, um die er eigentlich bittet. Er betet auf zweierlei Weise. Einerseits sagt er, Gott überschüttet mich mit Reichtümern, um mit dem nächsten Atemzug, ob nun stillschweigend oder hörbar zu sagen, ich missgönne dem anderen seinen Reichtum. Sie sollten immer ganz besonders darauf achten, sich mit ihren Mitmenschen und an deren Reichtum und Erfolg zu freuen. Damit freuen sie sich auch an sich selbst und werden ebenfalls erfolgreich sein. Wenn sie zur Bank gehen und dort beobachten, wie ihr Konkurrent von gegenüber zwanzigmal mehr einzahlt als sie, dann erfreuen sie sich daran, dass Gottes Fülle sich hier durch einen seiner Söhne offenbart. Damit Lob preisen und verherrlichen sie auch das, wofür sie selbst beten. Das, was sie preisen, das mehren sie auch. Was sie verdammen, das verbannen sie aus ihrem Leben. Falls sie in einem großen Unternehmen arbeiten und insgeheim denken, sie seien sowohl unterbezahlt wie unterbewertet und verdienten eigentlich mehr Anerkennung und ein höheres Gehalt, dann haben sie sich innerlich bereits von ihrem Arbeitgeber gelöst. Sie lösen damit einen gesetzmäßigen Prozess aus und eines Tages wird ihr Chef zu ihnen sagen, wir müssen sie leider entlassen. Im Grunde genommen haben aber sie selbst sich entlassen. Ihr Vorgesetzter war lediglich das Werkzeug ihrer eigenen negativen Einstellung. Mit anderen Worten, er hielt ihnen nur das vor Augen, was sie für sich der erste Anstoß ging von ihren eigenen Gedanken aus. Ihre Umgebung reagierte nur darauf und bestätigte sie. Wenn sie das hören, denken sie möglicherweise an jemanden, der zu seinem Geld kam, indem er andere ausnutzte, sie betrog, ihnen zu unseriösen Investitionen riet, etc. Die Antwort darauf ist ganz offensichtlich, denn wenn wir andere berauben, täuschen oder betrügen, dann tun wir das auch mit uns selbst. Tatsächlich verletzen und berauben wir uns in einem solchen Fall selbst. Der Ursprung dieser Misere liegt in unserem Gefühl des Mangels, das wiederum einen Verlust nach sich zieht, der sich auf unterschiedlichste Weise äußern kann, als Verlust der Gesundheit, des Ansehens, des inneren Friedens, der gesellschaftlichen Stellung, in Form einer privaten oder geschäftlichen Krise. Er offenbart sich nicht unbedingt als Geldverlust. Es wäre kurzsichtig anzunehmen, der Verlust träfe uns immer nur in finanzieller Hinsicht. Ist es nicht wunderbar, wenn sie abends den Kopf auf ihr Kissen betten und spüren, dass sie mit der ganzen Welt im Frieden sind und ihr Herz von Wohlwollen für alle Wesen überströmt? Es gibt ein paar Menschen, die ihren Reichtum auf die falsche Weise mehrten, indem sie andere mit Füßen getreten, getrickst, betrogen und schikaniert haben. Was aber ist der Preis dafür? Manchmal besteht der Preis darin, dass sie an körperlichen oder psychischen Krankheiten, an Schuldkomplexen, Schlafstörungen oder verborgenen Ängsten leiden. Einmal sagte ein Mann zu mir, ja, ich bin über andere rücksichtslos hinweg getrampelt. Ich habe bekommen, was ich wollte, aber hatte erkannt, dass er seinen Wohlstand auf die falsche Weise erlangt hatte. Man kann allerdings auch reich und wohlhabend werden, ohne irgendwem zu schaden. Viele Menschen betreiben kontinuierlichen Raubbau an sich selbst, sie bestehlen sich ihres inneren Friedens, ihrer Gesundheit, ihrer Freude, ihrer Inspiration, ihres Glückes und des Lachens Gottes. Sie behaupten vielleicht, sie hätten noch nie gestohlen, aber stimmt das wirklich? Immer wenn wir einen Groll hegen oder auf den Reichtum und den Erfolg eines anderen Menschen eifersüchtig oder neidisch sind, bestehlen wir uns selbst. Das sind die Diebe und Räuber, die Jesus aus dem Tempel jagte. Und genau so müssen auch sie sie mit Bestimmtheit und in aller Schärfe aus ihrem Denken verbannen. Lassen sie nicht zu, dass sie sich in ihrem Geist einnisten. Trennen sie ihnen mit dem Feuer des rechten Denkens und Fühlens die Köpfe ab. Ich erinnere mich, wie ich in den Anfangstagen des Krieges in der Zeitung las, wie eine Frau in Brooklyn, New York von Laden zu Laden ging und sämtlichen Kaffee aufkaufte. Sie wusste, dass der Kaffee rationiert werden würde und war nun von der Angst getrieben, es könnte vielleicht nicht genug für sie selbst bleiben. Sie kaufte also so viel sie konnte und lagerte den Kaffee im Keller ein. Am selben Abend ging sie zum Gottesdienst. Als sie nach Hause kamen, waren Einbrecher in ihr Haus eingedrungen, hatten die Tür zerschmettert und nicht nur den Kaffee, sondern auch Geld, Schmuck, Tafelsilber und andere Dinge gestohlen. Die gute Frau sagte, was sie alle sagen, warum ist gerade mir das passiert, wo ich doch in der Kirche war, ich habe doch niemanden bestohlen. Aber ist das wahr? Befand sie sich nicht in einem Mangel und Angst Bewusstsein, als sie anfing den Kaffee zu horten? Die Gefühle des Mangels und ihre Angst davor genügten, dass sie einen Teil ihres Besitzes verlor. Sie musste sich gar nicht zog den Mangel in ihr Leben. Genau das ist der Grund dafür, warum so viele Menschen, die von der Gesellschaft als gute Bürger bezeichnet werden, Verluste erleiden. Gut sind sie vielleicht im weltlichen Sinne. Sie zahlen ihre Steuern, sie befolgen die Gesetze, gehen regelmäßig zur Wahl und spenden einen Teil ihres Geldes an Hilfsorganisationen. Doch wenn es um den Besitz, den Reichtum nehmen, wenn gerade keiner hinschaut, ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie sich in einem Bewusstsein des Mangels befinden. Es ist durchaus möglich, dass ein Mensch mit einer solchen Haltung Scharlatane oder Gauner anzieht, die ihn bei irgendeinem Geschäft über den Tisch ziehen. Noch bevor uns ein Dieb ausrauben kann, haben wir uns innerlich längst selbst beraubt. Es gibt immer Manchmal haben Menschen Schuldkomplexe und machen sich permanent Selbstvorwürfe. Ich kannte einen solchen Mann. Bei seiner Arbeit als Kassierer in einer Bank war er absolut ehrlich, nie hat er Geld gestohlen. Aber er hatte eine heimliche Affäre. Er hielt eine andere Frau aus und betrug seine Familie. Er lebte in ständiger Angst vor Entdeckung, woraus ein tiefes Schuldgefühl hervorging. Auf die Schuld folgte die Angst. Angst bewirkt eine Kontraktion der Muskeln und Schleimhäute. Eine akute Nasennebenhöhlen Entzündung war die Folge. Auch Medikamente halfen nur vorübergehend. Ich klärte diesen Klienten über die Ursache seiner Probleme auf und sagte zu ihm, die Heilung bestünde in der Beendigung seiner Affäre. Er antwortete mir, das könne er nicht. Die andere Frau sei seine Seelenverwandte und er hätte bereits versucht, sich von ihr zu lösen. Die ganze Zeit über verurteilte er sich selbst und machte sich schwere Vorwürfe. Eines Tages wurde er von einem Bankbeamten beschuldigt, Geld unterschlagen zu haben. Es sah sehr ernst aus für ihn, denn es gab jede Menge Indizienbeweise. Er geriet in Panik. Schließlich wurde ihm bewusst, dass der einzige Grund für diese fälschliche Beschuldigung darin lag, dass er sich permanent selbst anklagte und verurteilte. Er erkannte die Funktionsweise seines Geistes. Als Folge seiner permanenten Selbstvorwürfe wurde er nun auch im Außen angeklagt. Er war so schockiert darüber, dass man in der Unterschlagung bezichtigte, dass er die Beziehung zu jener anderen Frau sofort beendete und um göttliche Harmonie und Bankbeamten zu beten begann. Er sagte sich immer wieder, nichts bleibt verborgen, alles wird enthüllt, der Friede Gottes wird sich in den Köpfen und Herzen aller Beteiligten durchsetzen. Und die Wahrheit kam ans Licht. Die ganze Geschichte löste sich im Lichte der Wahrheit ganz von selber auf. Man fand heraus, dass ein anderer Mann der Schuldige war. Der Bankkassierer erkannte, dass nur seine Gebete ihn vor einer Gefängnisstrafe bewahrt hatten. Das große Gesetz lautet, wie du willst, dass andere von dir denken, so solltest du auch selbst von ihnen denken. Wie du willst, andere für dich empfinden, so solltest auch du selbst für sie empfinden. Sagen sie aus tiefstem Herzen heraus, ich wünsche jedem Menschen auf Erden, was ich auch für mich selbst wünsche. Darum ist mein aufrichtiger Herzenswunsch Friede, Liebe, Freude, Fülle und Gottes Segen allen Menschen auf der Welt. Erfreuen sie sich an der Entwicklung, am Vorwärtskommen und am Wohlstand aller Menschen. Was auch immer sie für sich selbst als wahr erachten, das sollten anderen Menschen gelten lassen. Versuchen sie niemals einen anderen seiner Freude zu berauben, denn wenn sie das tun, berauben sie nur sich selbst. Wenn der andere gesegnet ist, so werden auch sie gesegnet sein. Wird in ihrer Firma jemand befördert, seien sie froh darüber, gratulieren sie ihm, freuen sie sich über seinen Aufstieg und die Anerkennung, die ihm gezollt wurde. Wenn ist, versuchen sie nicht einem anderen Menschen sein von Gott gegebenes Geburtsrecht auf Glück, Erfolg, Fülle und alle guten Dinge vorzuenthalten. Jesus hat gesagt, sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Hass und Missgunst verderben und zerfressen das Herz. Sie zeichnen uns nur mit Narben, verunreinigen und vergiften uns. Die Schätze des Himmels sind die Wahrheiten Gottes, die bereits in unseren Seelen ruhen. Erfüllen sie ihren Geist mit Frieden, Harmonie, Vertrauen, Freude, Aufrichtigkeit, Integrität, liebender Güte und Sanftmut. Denn damit bringen sie die Saat aus für ihre Schätze in den Himmeln ihres Geistes. Wenn sie in Geldangelegenheiten Rat suchen oder sich um ihre Aktien oder Wertpapiere sorgen, dann sagen sie sich in aller Ruhe unendliche Intelligenz lenkt und wacht über all meine finanziellen Transaktionen. Was auch immer kommen mag, ich werde erfolgreich sein. Wiederholen sie dies häufig und sie werden feststellen, dass sie kluge Investitionen tätigen. Mehr noch, sie werden vor Verlusten bewahrt. Denn noch bevor Einbußen sie treffen können, sehen sie sich veranlasst, ihre Wertpapiere und Aktien zu verkaufen. Versuchen sie das folgende Gebet zum Wohle ihres Heimes, ihrer geschäftlichen Tätigkeit und ihres Besitzes täglich zu sprechen. Die alles überschauende Präsenz, die auch die Planeten auf ihrer Bahn führt und die Sonne zum Strahlen bringt, wacht über all meinen Besitz, mein Heim, mein Unternehmen und alles, was mir gehört. Gott ist meine Festung und mein Tresor. All mein Besitz ist behütet in Gott. Es ist wunderbar. Indem sie sich diese großartige Wahrheit täglich in Erinnerung rufen und die Gesetze der Liebe im Auge behalten, werden sie in allem, was sie tun, stets geführt, behütet und erfolgreich sein. Sie werden keine Verluste erleiden, denn sie haben sich den Allerhöchsten als Ratgeber und Führer erwählt. Sie sind stets von der Liebe Gottes umhüllt, sie begleitet sie auf all ihren Wegen und entfaltet sich immerfort. Sie ruhen in den ewigen Armen Gottes. Wir alle sollten nach innerer Führung streben, wenn wir Schwierigkeiten haben. Falls sie finanzielle Probleme haben, wiederholen sie jeden Abend, ehe sie zu Bett gehen, die folgenden Worte. Ich werde nun in Frieden schlafen. Ich habe diese Angelegenheit der göttlichen Weisheit in meinem Innern anvertraut. Sie kennt die Lösung. Wenn am Morgen die Sonne aufgeht, wird auch Und ich weiß, dass auf den Sonnenaufgang stets Verlass ist. Danach legen sie sich schlafen. Wenn sie ein Problem haben, beunruhigen sie sich nicht, machen sie keinen Wirbel darum und geraten sie nicht in Wut. Die Nacht bringt guten Rat. Schlafen sie darüber. Ihr Intellekt kann nicht alle ihre Probleme lösen. Beten sie um das Licht, das bald kommen wird. Denken Sie dass der Morgen immer wieder kehrt. Dann lösen sich die Schatten auf. Ihr nächtlicher Schlaf soll ihnen stets selige Zufriedenheit bescheren. Sie sind kein Opfer der Umstände, es sei denn, glauben, dass sie das sind. Sie können sich jederzeit erheben und über alle Umstände oder Gegebenheiten hinaus wachsen. Wenn sie auf dem Fels geistiger Wahrheit stehen, unerschütterlich und in tiefem Vertrauen auf ihre tiefste Bestimmung und ihre Wünsche, werden sie neue Erfahrungen machen. In großen Kaufhäusern beschäftigt die Geschäftsleitung Kaufhausdetektive, um Diebstähle zu verhindern. Jeden Tag fassen sie eine Reihe dieser Ladendiebe, die auf diese Weise versuchen, etwas umsonst zu bekommen. Diese Menschen leben allesamt in einem Bewusstsein des Mangels und der Einschränkung. Sie bestehlen sich selbst und ziehen gleichzeitig alle möglichen Arten von Schaden an. Diese Menschen vertrauen nicht auf Gott und verstehen nicht die Wirkungsweise ihres Geistes. Würden sie um den rechten Platz im Leben, um Selbstverwirklichung und Versorgung beten, dann fänden sie auch Arbeit und wären sich selbst und ihren Mitmenschen schon sehr bald ein Vorbild an Aufrichtigkeit, Integrität und Ausdauer. Jesus hat gesagt, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ganz gleich, wie reich wir im Moment auch sein mögen, stets gibt es noch etwas anderes, das wir uns von ganzem Herzen wünschen. Insofern ist die Bedürftigkeit zu jeder Zeit unsere ständige Begleiterin. Vielleicht haben wir ein Gesundheitsproblem, ein Sohn oder eine Tochter braucht Rat oder der Haussegen hängt gerade schief. In diesen Momenten sind wir arm. Woher sollten wir wissen, was Fülle ist, wären wir uns nicht auch des Mangels bewusst? Habe ich nicht euch zwölf erwählt und einer von euch ist ein Teufel? Gleich ob es sich um den König von England oder einen Jungen aus Wir alle werden in Begrenzungen und Engstirnigkeit hineingeboren. Doch nur dank dieser Begrenzungen ist es uns letztlich möglich zu wachsen. Nie würden wir die innere Macht entdecken, hätten wir nicht auch Probleme und Schwierigkeiten zu bewältigen. Diese Bedürftigkeit drängt uns nach Erlösung zu streben. Wie könnten wir wissen, was Freude ist, würden wir nicht auch die Tränen des Leides kennen? So müssen wir uns auch der Armut bewusst sein, damit wir nach Erlösung und Freiheit streben und zu Gottes Reichtum aufsteigen können. Solche Zustände der Bedürftigkeit wie Angst, Ignoranz, Sorge, Mangel und Schmerz sind keineswegs schlecht, sofern sie sie dazu bewegen, nach ihrem Gegenteil zu streben. Wenn sie in Schwierigkeiten geraten und von Pontius zu Pilatus laufen, wenn sie sich mit negativen, herzzerreißenden Fragen quälen wie »Warum passiert mir das alles nur? Warum nur scheine ich von einem Fluch verfolgt zu sein?« lässt die Erleuchtung nicht mehr lange auf sich warten. Durch ihr Leiden, ihren Schmerz oder ihr Elend werden sie jene Wahrheit entdecken, die sie befreit. Süß ist die Frucht der Widerwärtigkeit, die gleich der Kröte hässlich und voll zur Zufriedenheit. Alle, die sich eingehend mit den Gesetzen des Lebens beschäftigt haben, waren mit irgendetwas unzufrieden. Sie hatten ein Problem oder Schwierigkeiten, die sie zunächst nicht lösen konnten. Oder sie wollten sich nicht mit den herkömmlichen Antworten auf die Rätsel des Lebens begnügen. Sie fanden die Antwort in der göttlichen Präsenz in ihrem Innern. Die köstliche Perle, das köstliche suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Auch wenn sie ihr Ziel erreicht oder sich ihren Wunsch erfüllt haben, werden sie trotz allem nur kurze Zeit Befriedigung empfinden. Dann sucht sie eine neue Sehnsucht heim. Das Leben strebt danach, durch sie auf höheren Ebenen Ausdruck zu finden. Sobald ein Wunsch erfüllt ist, folgt ihm der Nächste So geht es bis in alle Ewigkeit. Sie sind hier, um zu wachsen. Leben heißt Entwicklung. Leben ist nicht statisch. Sie wurden geboren, um von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu schreiten. Es gibt kein Ende, denn Gottes Herrlichkeit hat kein Ende. Wir alle sind bedürftig in dem Sinn, als wir beständig nach mehr Licht, mehr Weisheit, mehr Glück und tieferer Lebensfreude streben. Gott ist Unendlichkeit und selbst in aller Ewigkeit könnten sie niemals die Herrlichkeit, die Schönheit und die Weisheit in ihrem Inneren zur Gänze erschöpfen. So wunderbar sind sie. Nur das Absolute ist perfekt. Doch in einer Welt, in der alles relativ ist, liegt es an uns, zu jener Herrlichkeit zu erwachen, die bereits unser war, ehe die Welt überhaupt existierte. Egal wie weise sie sind, sie streben nach größerer Weisheit. Darum sind sie immer noch bedürftig. Egal wie begabt sie auf dem Gebiet der Mathematik, der Physik oder der Astronomie sind, sie kratzen ja doch nur an der Oberfläche. sie sind nach wie vor bedürftig. Die Reise geht immer weiter, stetig nach oben, Gott entgegen. Es ist ein Prozess des Erwachens, durch den sie erkennen, dass die Schöpfung bereits abgeschlossen ist. Sobald sie verstehen, dass Gott nicht lernen, nicht wachsen, sich ausdehnen oder entfalten muss, beginnen sie allmählich aus dem Traum der Begrenzungen zu erwachen und werden lebendig in Gott. Wenn endlich die Schuppen in Form von Angst, Ignoranz, Engstirnigkeit und Massenhypnose von ihren Augen fallen, beginnen sie zu sehen, wie Gott sieht. Die blinden Flecken verschwinden und sie beginnen die Welt so zu sehen, wie Gott sie geschaffen hat. Sie betrachten sie durch Gottes Augen und dann rufen sie aus, das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Versorgen sie das, leiden sie die nackten Gedanken und geben sie ihnen Gestalt, indem sie an ihre Wirklichkeit glauben und darauf vertrauen, dass der große Schöpfer in ihrem Innern ihnen Form verleihen und sie manifestieren wird. So wird ihr Wort der Gedanke Fleisch werden, Gestalt annehmen. Wenn sie hungrig sind, in einem Zustand der Bedürftigkeit, suchen sie Nahrung. Wenn sie beunruhigt sind, suchen sie Frieden. Wenn sie krank sind, suchen sie Genesung. Wenn sie schwach sind, suchen sie nach Stärke. Ihr Wunsch nach Wohlstand ist die Stimme Gottes, die ihnen sagt, dass ihnen die Fülle bereits zur Verfügung steht. Darum erfahren sie durch ihre Bedürftigkeit den Drang zu wachsen, sich auszudehnen, sich zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen und zu verwirklichen. Ein Schmerz Er teilt ihnen mit, dass sie auf der Stelle etwas dagegen unternehmen sollten. Gäbe es den Schmerz nicht und auch sonst kein Anzeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist, würde ihnen vielleicht mitten auf der Straße der Arm abfallen. Ihr Schmerz ist Gottes Alarmsystem, das sie dazu anhält, nach seinem Frieden und seiner Heilkraft zu streben und aus dem Dunkel heraus ins Licht zu Sie etwas. Wenn Sie Mangel empfinden, tauchen Sie ein in ein Gefühl von Fülle und Überfluss. Führen Sie sich das Resultat vor Augen und freuen Sie sich daran. Wenn Sie sich das Resultat vorgestellt und gespürt haben, dass es Wirklichkeit ist, sind Sie zugleich damit einverstanden, dass Ihnen alle Mittel zu seiner Verwirklichung zur Verfügung stehen. Sollten Sie sich im Laufe der Zeit bewährt haben und für immer gelten werden. Sie können Trost finden, indem Sie über die folgenden wunderbaren Psalmen meditieren. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Gott ist meine Zuflucht, meine Rettung. Wen sollte ich fürchten? Gott ist in Zeiten der Not eine allgegenwärtige Hilfe. Mein Gott, auf dich will ich vertrauen. Gott ist mein Hort, auf den ich traue. Er wird mich mit seinen Fittichen decken und meine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Ein Mann mit Gott ist immer die Mehrheit. Wenn Gott mit mir ist, der kann dann gegen mich sein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Lassen Sie Ihren Geist und Ihr Herz von den heilsamen Schwingungen dieser Wahrheiten durchfluten. Diese Meditation wird alle Ängste, Zweifel und Sorgen vertreiben. Verinnerlichen Sie auch eine weitere geistige Wahrheit. Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter. Wer ein fröhliches Herz hat, für den ist jeder Tag ein Feiertag. Ein fröhliches Herz schenkt Heilung, aber ein betrübtes Gemüt vertrocknet die Knochen. Aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gabe Gottes anzufachen, die in dir ist. Beginnen Sie sogleich, die Gabe Gottes anzufachen, indem Sie der Beweisführung Ihres Verstandes entsagen, sich von der Tyrannei und der Willkür engstirniger Gedanken befreien und voll und ganz die geistige Macht in Ihrem Inneren als die einzige Grundlage, die einzige Macht und die einzige Präsenz anerkennen. Seien Sie sich bewusst, dass es eine wohlwollende Macht ist, die Ihre Gebete erhören wird. Nahe dich dieser Macht, so naht sie sich auch dir. Wenden Sie sich ihr hingebungsvollen Gewissheit, Vertrauen und Liebe zu. Sie wird Ihnen mit Liebe, Frieden, Führung und Wohlstand antworten. Sie wird Ihnen Trost, Orientierung, Ratgeber und himmlischer Vater sein. Und Sie werden sagen, Gott ist Liebe, ich habe ihn gefunden, und er hat mich wahrlich befreit von all meinen Ängsten. Darüber hinaus werden Sie sich auf satten Weiden wiederfinden, wo die Fülle und all der Reichtum Gottes sie ungehindert durchströmen. Sagen Sie sich im Laufe des Tages immer wieder aus einer tiefen Freude und Gelassenheit heraus, ich bin mir der Gegenwart Gottes den ganzen Tag lang bewusst. Seine Sattheit durchströmt mich alle Zeit und füllt all die leeren Gefäße meines Lebens. Wenn sie bis zum Rand erfüllt sind von dem Gefühl zu sein, was sie sich zu sein wünschen, wird ihr Gebet erhört werden. Sind all die Gefäße ihres Lebens voll? Wie steht es um ihre Gesundheit, ihren Wohlstand, die Liebe und um ihre Selbstverwirklichung? Sind sie auf allen Ebenen vollkommen zufrieden? Oder herrscht in einem dieser vier Bereiche ein Mangel? Alles wonach sie streben, ganz gleich was es auch sei, lässt sich einer dieser vier Gruppen zuordnen. Wenn sie sagen, ich will nichts als Wahrheit und Weisheit, verleihen sie damit einem Wunsch Ausdruck, den alle Menschen überall auf der Welt hegen. Jeder Mensch strebt danach, auch wenn er oder sie es vielleicht anders ausdrücken würde. Wahrheit oder Weisheit ist das übergeordnete Bestreben aller Menschen. Wir würden es unter Selbstverwirklichung einordnen. Sie sehnen sich danach, Gott durch sich selbst Ausdruck zu verleihen, hier und jetzt. Indem sie Mangel, Begrenzung und Schwierigkeiten erfahren, wachsen sie hinein ins Licht Gottes, und entdecken dabei sich selbst. Es gibt keinen anderen Weg, um sich selbst zu entdecken. Wenn sie nicht imstande wären, ihre Macht auf zweierlei Weise zu nutzen, würden sie sich niemals selbst entdecken, noch würden sie zu dem Schluss kommen, dass es ein Gesetz gibt, das sie lenkt. Würde man sie zwingen, gut zu sein oder zu lieben, dann wäre es keine echte Liebe. Und sie selbst wären eine Maschine. Aber es steht ihnen frei zu lieben, denn sie können ihre Liebe sowohl verschenken als auch zurückhalten. Erzwungene Liebe gibt es nicht, sie wäre nicht echt. Fühlen sie sich nicht geschmeichelt, wenn jemand ihnen sagt, dass er sie liebt und begehrt? Dieser Mensch hat von allen Menschen dieser Welt nur sie erwählt. Er muss sie nicht lieben. Hätte man ihn dazu gezwungen, wären sie ganz sicher nicht geschmeichelt und schon gar nicht erfreut. Es steht ihnen frei, als Mörder oder als Heiliger durchs Leben zu gehen. Genau aus diesem Grund verehren wir Menschen, die Großes vollbringen. Sie haben sich für das Gute entschieden und wir preisen sie für diese Entscheidung. Würden wir glauben, dass die äußeren Umstände Bedingungen, Geschehnisse, das Alter, dann wären wir Diebe und Räuber. Das Gefühl von Wohlstand erzeugt Wohlstand. Bewusstseinszustände Manifestieren sich. Darum heißt es auch, alle, die irgend vor mir dem Gefühl gekommen, sind Diebe und Räuber. Das Gefühl ist Gesetz und das Gesetz ist Gefühl. Ihr Wunsch nach Reichtum ist im Grunde genommen nichts anderes als Gottes Versprechen, dass sein Reichtum auch der Ihre ist. Akzeptieren sie dieses Versprechen ohne jeden Vorbehalt. Quimby verglich den Akt des Betens mit dem Plädoyer eines Anwalts. Dieser Mann, der die Gesetze des Geistes lehrte, behauptete, er könne die Unschuld des Angeklagten beweisen, denn dieser sei nur Lügen und falschen Überzeugungen zum Opfer gefallen. Sie sind der Richter, sie selbst fällen das Urteil über sich. Es liegt in ihren Händen, sich zu befreien. Negative Gedanken wie Mangel, Armut und Misserfolg sind allesamt falsch. Es sind Sie wissen, dass es nur eine geistige Macht, nur eine Grundursache gibt, und darum werden sie auch den äußeren Umständen, den Bedingungen und Meinungen anderer Menschen immer weniger Macht zu billigen. Übertragen sie die Herrschaft der geistigen Macht in ihrem Inneren, denn sie wissen ja, dass sie auf ihre Gedanken der Fülle und des Wohlstands reagieren wird. Der Weg zu Fülle, Freiheit und Verständnis, dass der Geist und die Macht ihrer eigenen Gedanken und Vorstellungen stets die Oberhand behalten. Sie müssen nur im Geiste die Fülle des Lebens akzeptieren. Die mentale Akzeptanz und Erwartung von Reichtum folgt ganz eigenen Formeln und Mechanismen der Verwirklichung. Wenn sie sich in ein Gefühl der Fülle vertiefen, wird ihnen alles, was für ein Leben in Fülle nötig ist, auf ihrem Weg begegnen. Nun sind sie der Richter, der im Gerichtssaal ihres Geistes ein Urteil fällen muss. Genau wie Quimby haben auch sie unwiderlegbare Beweise dafür gefunden, wie die Gesetze ihres Geistes funktionieren. Sie sind jetzt frei von Angst. Sie haben ihrer geistigen Hydra die Köpfe aus Angst und Aberglauben abgeschlagen und sie somit unschädlich gemacht. Angst ist nur ein Alarmzeichen für uns aktiv zu werden. Eigentlich ist sie also nichts Schlechtes. Sie signalisiert uns lediglich in die andere Richtung zu gehen und auf Gott und alle positiven Werte zu vertrauen. Machen sie dies zu ihrem täglichen Gebet. Schreiben sie es sich in ihr Herz. Gott ist die Quelle meiner Versorgung. Schon jetzt bin ich bestens versorgt. Sein Reichtum fließt frei, üppig durch mein Leben. In jedem Augenblick bin ich mir meines wahren Wertes bewusst. Meine Talente stelle ich freizügig und bereitwillig zur Verfügung und werde dafür aufs Göttlichste entlohnt. Ich danke dir, Vater. Der Weg zum Reichtum Reichtum kann nur im Geiste entstehen. Nehmen wir einmal für einen Augenblick an, einem Arzt würden sowohl seine Zulassung als auch seine gesamte Praxisausstattung gestohlen. Sicher würden Sie mir darin zustimmen, dass sein wahrer Reichtum in seinen Fähigkeiten liegt. Er könnte auch weiterhin praktizieren, Krankheiten diagnostizieren, Rezepte ausstellen, operieren oder Vorträge halten. Lediglich die Symbole seines Könnens wären gestohlen worden. Er könnte sich jederzeit eine neue Ausstattung zulegen. Sein wahrer Reichtum aber läge in seinen geistigen Qualitäten, seiner Fähigkeit, Menschen zu helfen und damit der Menschheit im Allgemeinen zu dienen. Sie werden immer wohlhabend sein, wenn es ihnen ein Herzenswunsch ist, ihren Beitrag zum Wohle der Menschheit zu leisten. Ihr Bedürfnis zu dienen, das heißt, der Welt ihre Talente zur Verfügung zu stellen, wird im Herzen des Universums stets auf Gegenliebe stoßen. Während der Weltwirtschaftskrise 1929 lernte ich einen Mann aus New York kennen, der alles verloren hatte, was er besaß, darunter auch sein Haus und seine gesamten Ersparnisse. Ich begegnete ihm nach einem Vortrag, den ich in einem der Hotels der Stadt gehalten hatte. Er sagte mir Folgendes »Ich habe alles verloren. Ich habe in vier Jahren eine Million Dollar verdient. Ich werde sie wieder das Einzige, was ich verloren habe, ist ein Symbol. Ich kann dieses Symbol für Wohlstand erneut wieder genauso anziehen, wie der Honig die Fliegen anzieht. Ich verfolgte die Karriere dieses Mannes über mehrere Jahre hinweg, um den Schlüssel zu seinem Erfolg zu entdecken. Möglicherweise werden Sie diesen Schlüssel etwas merkwürdig finden. Doch lassen Sie sich gesagt sein, er ist schon uralt. Der Name, den er dem Schlüssel gegeben hatte, lautete »Aus Wasser mach Wein«. Er hatte diese Passage in der Bibel gelesen und sofort erkannt, dass sie das Rezept für vollkommene Gesundheit, Glück, inneren Frieden und Wohlstand war. In der Bibel steht der Wein immer für die Realisierung ihrer Wünsche, Bedürfnisse, Pläne, Träume, Vorhaben, etc. Mit anderen Worten, er steht für die ihren Geist oder ihr Bewusstsein. Wasser nimmt die Form eines jeden Gefäßes an, in das es gegossen wird. Ebenso wird sich alles, was sie als wahrhaftig empfinden und von dessen Wirklichkeit sie überzeugt sind, in ihrer Welt manifestieren. So verwandeln sie unablässig Wasser in Wein. Die Bibel wurde von erleuchteten Männern geschrieben. Sie lehren der Bibel besagt, dass sie selbst ihr Schicksal bestimmen, formen und gestalten, und zwar durch die richtigen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Sie lehrt sie, dass sie jegliches Problem lösen, jede Situation bewältigen können und dass sie dazu geboren sind, erfolgreich zu sein. Wenn sie die königliche Straße zum Reichtum entdecken und die entsprechende Stärke und Sicherheit gewinnen wollen, die nötig sind, um sie aufhören, die Bibel auf herkömmliche Weise zu lesen. Der zuvor erwähnte Mann, der in einer tiefen finanziellen Krise steckte, sagte sich in einer Zeit, da er über keinerlei Mittel verfügte, mehrmals täglich ich kann Wasser in Wein verwandeln. Für ihn bedeuteten diese Worte ich kann die Gedanken an Armut in meinem Kopf so verwandeln, dass sie der Verwirklichung meiner momentanen Wünsche Seine geistige Einstellung Wasser besagte Ich habe schon einmal auf rechtschaffene Weise ein Vermögen verdient, das werde ich wieder schaffen. Wein Die Affirmation, mit der er sein Unterbewusstsein regelmäßig speiste, lautete in etwa Ich habe das Symbol Geld schon einmal angezogen und nun ziehe ich es wieder an, dessen bin ich mir sicher und ich fühle, dass es die Wahrheit ist. Wein Dieser Mann arbeitete als Verkäufer für einen Chemiebetrieb. Als ihm ein paar Ideen kamen, wie sich die Produkte seiner Firma besser vermarkten ließen, teilte er sie der Geschäftsleitung mit. Es dauerte nicht lange, da wurde er zum Vizepräsidenten ernannt. Innerhalb von nur vier Jahren machte ihn die Firma zum Präsidenten. Nach wie vor lautete seine geistige Devise Ich kann Wasser aus dem Johannesevangelium, in der Wasser in Wein verwandelt wird, einmal im übertragenen Sinne, und sagen sie sich, wie es der oben erwähnte Verkäufer aus dem Chemiebetrieb getan hat. Ich kann meine unsichtbaren Vorstellungen, Bedürfnisse, Träume und Wünsche sichtbar machen, denn ich habe ein einfaches, allgemeingültiges, geistiges Gesetz entdeckt. Es handelt sich um das Gesetz von Aktion und Reaktion. Das Verstände und ihre finanziellen Verhältnisse stets ein perfektes Abbild ihres inneren Denkens, Glaubens, ihre Gefühle und Überzeugungen sind. Wenn sie das als Wahrheit akzeptieren, können sie auf der Stelle ihr inneres Denkmuster verwandeln, indem sie ihre Gedanken bei Erfolg, Wohlstand und innerem Frieden verweilen lassen. Wenn sie ihren Geist mit diesen Leitgedanken beschäftigen, werden sie ihnen allmählich in und so wie alle Samen Gedanken und Vorstellungen entsprechend ihrer Art zu wachsen pflegen, so werden sich auch ihre Denkgewohnheiten und ihre Gefühle in Gestalt von Wohlstand, Erfolg und innerem Frieden manifestieren. Einem weisen Gedanken folgt ein rechtes Handeln Sie können ganz einfach zu Reichtum gelangen, wenn ihnen bewusst wird, dass ein Gebet so etwas wie ein Hochzeitssatz Mahl ist. Nur ist unser Fest Mahl psychologischer Natur. Sie meditieren so lange über ihr Ziel oder ihren Wunsch und laben sich im Geiste daran, bis sie ganz und gar eins mit ihm geworden sind. Ich möchte an dieser Stelle eine Fallstudie aus meinen Aufzeichnungen wiedergeben, in der es darum geht, wie eine junge Frau ihr erstes Wunder wirkte und Wasser in Wein verwandelte. Diese Frau Jungen war, sehr viel Zeit zu Hause zu verbringen und ihr Geschäft zu vernachlässigen. Während ihrer Abwesenheit veruntreuten zwei ihrer Angestellten Gelder. Sie ging bankrott, verlor ihr Haus und steckte plötzlich bis zum Hals in Schulden. Sie konnte die Krankenhausrechnungen für ihre Mutter nicht mehr zahlen und stand nun auch noch ohne Arbeit da. Ich erklärte dieser Frau die Zauberformen, mit deren Hilfe sich Wasser in Wein verwandeln lässt. Ich machte ihr klar, dass der Wein für ein erhörtes Gebet oder für die Manifestation ihrer Wünsche stand. Sie jedoch haderte mit der Welt. Sie sagte, sehen wir doch den Tatsachen ins Auge, ich habe alles verloren. Die Welt ist grausam. Ich kann meine Rechnungen nicht bezahlen. Ich bete nicht, denn ich habe alle Hoffnung aufgegeben. für ihre Situation nicht dem geringsten bewusst war. Während unserer Gespräche begann sie allmählich zu verstehen, dass sie den Groll in ihrem Inneren, in ihrem Geist beenden musste. Wie auch immer ihr Begehren oder ihr Ideal in diesem Augenblick, da sie diese Ausführungen hören aussieht, irgendwo wird sich auch ein Gedanke oder eine Vorstellung versteckt halten, der beziehungsweise die dem entgegensteht. Wenn sie sich zum Beispiel Gesundheit wünschen, gibt es möglicherweise auch Gedanken wie diese in ihrem Kopf, ich kann nicht geheilt werden, ich habe es versucht, aber es nützt nichts, es wird nur immer schlimmer, ich weiß zu wenig über spirituelle Geistheilung. Wenn sie ihr Inneres einmal genau betrachten, erkennen sie da nicht ein gewisses Tauziehen gegensätzlicher Gedanken? Wie diese Frau stellen sie fest, dass ihre Umwelt und die Geschehnisse im Außen ihren Wunsch nach Selbstverwirklichung, Wohlstand und innerem Frieden herausfordern. Das wahre Gebet ist ein geistiges Hochzeitsmal. Es lehrt uns, wie wir unseren geistigen Konflikt zu lösen vermögen. Im Gebet prägen sie das, wovon sie überzeugt sind, ihrem Denken ein. Ralph Waldo Emerson hat gesagt, der Mensch ist, was er den ganzen Tag über denkt. Durch ihr gewohntes Denken erschaffen sie ihre eigenen Gesetze des Geistes. Indem sie bestimmte Gedankengänge häufig wiederholen, etablieren sie konkrete Ansichten und Überzeugungen in ihren tieferen Bewusstseinsschichten, die man auch als Unterbewusstsein bezeichnet. Diese geistigen Annahmen, Überzeugungen und Ansichten walten dann über das Handeln im Außen und lenken es. Dies zu verstehen und zu verinnerlichen, ist der erste Schritt auf dem Weg Wasser in Wein zu verwandeln oder aus Mangel und Einschränkung Fülle und Wohlstand zu machen. Ein Mensch, der sich der geistigen Macht in seinem Inneren nicht bewusst ist, erfährt nur allzu oft Engstirnigkeit, Mangel und Begrenzung im Außen. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 2 einlegen. CD Nummer 2 Fortsetzung von Sie haben ein Recht auf Wohlstand von Joseph Murphy Schlagen Sie Ihre Bibel auf und wirken Sie jetzt gleich Ihr erstes Wunder, wie es die Besitzerin jenes Friseursalons getan hat. Sie können das. Wenn Sie die Bibel lediglich als historischen Bericht lesen, übersehen Sie dabei die seelischen, geistigen und wissenschaftlichen Aspekte der Gesetze des Geistes, mit denen wir uns in diesem Hörbuch beschäftigen. Nehmen wir uns einmal folgenden Abschnitt vor. Und am dritten Tag ward eine Hochzeit zu Cana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Mit Galiläa ist ihr Geist oder ihr Bewusstsein gemeint. Cana steht für ihre Wünsche. Die Hochzeit ist eine rein gedankliche bzw. subjektive Verkörperung ihrer Wünsche. Das Drama des Gebetes ist rein psychologischer Natur und die auftretenden Charaktere sind die Gemütszustände, Gefühle und Gedanken in ihrem Innern. Eine der Bedeutungen von Jesus Christus ist erleuchteter Verstand. Die Mutter Jesu steht für die Gefühle, Stimmungen oder Emotionen, die uns leiten. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Ihre Jünger sind ihre inneren Kräfte und Fähigkeiten, die sie in die Lage versetzen, ihre Wünsche zu verwirklichen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben nicht Wein. Der Wein steht, wie wir bereits erklärt haben, für das erhöhte Gebet oder die Manifestation ihrer Wünsche und Ideale im Leben. Erkennen sie, dass es sich hier um ein ganz alltägliches Drama handelt, das sich Tag des Friseursalons, in ihrem Fall war es eine Arbeit finden, Geld verdienen und ihre Schwierigkeiten überwinden, dann kommen ihnen zwangsläufig auch Gedanken des Mangels in den Sinn wie es gibt keine Hoffnung, alles ist verloren, ich kann es einfach nicht schaffen, es ist hoffnungslos. Dies ist die Stimme aus der äußeren Welt, die ihnen sagt, sie haben nicht Wein oder schau dem Tatsachen ins Auge, es ist ihr Gefühl des Mangels, der Begrenzung und des Gefangenseins, das da spricht. Wie aber begegnet man nun der Herausforderung durch die Umstände und Bedingungen? Inzwischen sind sie mit den Gesetzen des Geistes vertraut, die da lauten, so wie ich im Innern denke und fühle, so gestaltet sich auch meine äußere Welt, also mein Körper, meine Finanzen, meine Umgebung, meine soziale Stellung und alle Ebenen meiner äußeren Beziehungen zur Welt und zu den Menschen. Die gedanklichen Bewegungen und Bilder in ihrem Inneren beherrschen, lenken und dirigieren die äußeren Abläufe in ihrem Leben. In der Bibel heißt es, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Das Herz ist ein chaldäisches Wort und bedeutet Unterbewusstsein. Mit anderen Worten, ihre Gedanken müssen sich im Außen manifestieren, indem der Macht ihres Unterbewusstseins bedienen. Denken und Fühlen formen ihr Schicksal. Gedanken, die mit Gefühl und Bedeutung aufgeladen sind, werden sich immer subjektivieren und in ihrer Außenwelt manifestieren. Ein Gebet ist die Vermählung von Gedanke und Gefühl oder von Vorstellung und Emotion. Eben darauf bezieht sich auch das Hochzeitsmahl. Jede Vorstellung, jede Sehnsucht des Geistes, die wir als wahrhaftig empfinden, muss sich verwirklichen, sei sie nun gut, schlecht oder neutral. Nun, da sie das Gesetz kennen, welches besagt, dass sie alles, was sie sich im Geiste vorstellen und fühlen, auch im Außen zum Ausdruck bringen, manifestieren und erfahren werden, haben sie das Werkzeug in der Hand, ihren Geist zu disziplinieren. Wenn ihnen Gedanken des Mangels, der Angst, des Zweifels oder der Verzweiflung, sie haben nicht Wein, in den Sinn kommen, dann weisen sie sie auf der Stelle mental zurück, indem sie ihre Aufmerksamkeit sofort auf das erhörte Gebet oder die Erfüllung ihrer Wünsche lenken. Bei den Sätzen aus dem Johannesevangelium »Meine Stunde ist noch nicht gekommen« und »Weib, was habe ich mit dir zu schaffen« handelt es sich um sinnbildliche, idiomatische, orientalische Redensarten. Wenn wir diese Bibelsprüche mit anderen Worten wiedergeben, dann steht »Weib« für das negative Gefühl, in dem sie noch festkleben. Diese negativen Andeutungen sind weder mächtig noch wirklich, denn ihre Existenz ist durch nichts zu rechtfertigen. Eine Andeutung von Mangel besitzt keine Macht. Die Macht liegt allein in ihren eigenen Gedanken und Gefühlen. Was bedeutet Gott für sie? Gott ist der Name für die eine geistige Macht. Gott ist die eine unsichtbare Quelle, aus der alle Dinge sich ergießen. Sind ihre Gedanken konstruktiv und harmonisch, bringt die geistige Macht, die auf ihre Gedanken reagiert, Harmonie, Gesundheit und Fülle hervor. Üben sie sich in dieser wunderbaren Disziplin, jeglichen Gedanken des Mangels vollkommen zurückzuweisen, indem sie sich augenblicklich die Verfügbarkeit der geistigen Macht und deren Reaktion auf ihre konstruktiven Gedanken und Bilder bewusst machen. Wenn sie das tun, verleihen sie zugleich der Wahrheit Ausdruck, die sich hinter den Worten »Weib, was habe ich mit dir zu schaffen « verbirgt. Wir hören, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt, selbst wenn sie noch keine Überzeugung oder positive Einstellung erlangt haben, so sind sie sich doch bewusst, dass sie sich im Geiste auf den Weg gemacht haben, denn sie befassen sich in Gedanken mit den positiven Idealen, Vorhaben und Zielen im Leben. Womit auch immer ihre Gedanken sich beschäftigen, das wird sich vervielfachen, das wird größer werden und wachsen, bis der Geist sich schließlich an diesen neuen Gemütszustand gewöhnt hat. Dann sind sie positiv konditioniert, wo sie zuvor noch negativ konditioniert waren. Ein Mensch des Geistes bewegt sich im Gebet von einem Gefühl des Mangels hin zu einem Gefühl der Zuversicht, des Friedens und des Vertrauens auf die geistige Macht in seinem Innern. Da er auf die geistige Macht vertraut und an sie glaubt, registriert seine Mutter, Stimmungen und Gefühle, ein Gefühl des Triumphes oder des Sieges. Dadurch werden sich die Antworten auf ihre Gebete oder die Lösungen ihrer Probleme offenbaren. Die Wasserkrüge aus der Bibelgeschichte beziehen sich auf die geistigen Zyklen, die ein Mensch durchläuft, wenn er einzigen Augenblick oder aber in einer Stunde, einer Woche oder einem Monat geschehen, je nachdem, wie tief sein Glaube ist und in welchem Gemütszustand er sich derzeit befindet. Im Gebet müssen wir unseren Geist von falschen Überzeugungen, von Angst, Zweifel und Furcht reinigen, indem wir uns von unseren Sinneswahrnehmungen und der äußeren Welt vollständig lösen. Im Frieden und in der Stille ihres Geistes und die Mühlräder ihrer Gedanken stillstehen, beschwören sie die Freude über das erhörte Gebet in ihrem Inneren herauf und vertiefen sich in dieses Gefühl, bis sich die innere Gewissheit einstellt, dass sie nun restlos überzeugt sind. Wenn sie es geschafft haben, eins zu werden mit ihrem Wunsch, dann haben sie die geistige Hochzeit erfolgreich vollzogen, die Vereinigung von Gefühl und Gedanken. Ich bin überzeugt, sie wünschen sich jetzt in diesem Augenblick mit Gesundheit, Harmonie, Erfolg und Vollendung vermählt bzw. eins zu sein. Jedes Mal, wenn sie beten, sind sie darum bemüht, die Hochzeit von Kana, die Verwirklichung ihrer Wünsche oder Ideale zu vollführen. Sie wollen im Geiste eins sein, mit Frieden, Erfolg, Wohlbefinden und vollkommener Gesundheit. Und sie füllten sie bis oben an. Die sechs Wasserkrüge stehen für ihren Geist während des geistigen und gedanklichen Schöpfungsaktes. Auch sie müssen ihren Geist bis oben anfüllen. Das heißt, sie müssen bis zum Rande erfüllt sein von dem Gefühl, dass sie das sind, was sie sich zu sein erträumen. Seien sie überzeugt. Sie haben diesen Bewusstseins Zustand bereits erlangt. und sind vollkommen im Frieden mit ihm. Und er spricht zu ihnen, schöpfet nun und bringet dem Speisemeister. Was auch immer sich unserem Unterbewusstsein einprägt, das wird im Außengestalt annehmen. Demnach haben wir in dem Moment, da wir überzeugt davon sind, dass unsere Gebete erhört werden, den Befehl erteilt, bringet dem Speisemeister. Sind sie stets der Herr über ihr geistiges Festmahl? Im Laufe eines Tages drängen tausende von Gedanken, Vorstellungen, Meinungen, Ansichten und Geräuschen an ihre Augen und Ohren. Sie können sie entweder zurückweisen, weil sie ihnen zum geistigen Verzehr ungeeignet erscheinen, oder sie behalten sie, wie es ihnen beliebt. Ihr bewusster, vernunftbegabter, intellektueller Geist ist der Speisemeister dieses Festmahls. Wenn sie sich bewusst dafür entscheiden, ihren Herzenswunsch als wahrhaftig zu betrachten, darüber zu meditieren, sich daran zu laben und ihn bildlich vor Augen zu haben, dann verwandelt er sich in eine lebendige Verkörperung ihrer Vorstellung und wird Teil ihrer Geisteshaltung, worauf ihr tieferes Selbst ihn schließlich gebären bzw. ihm Ausdruck verleihen wird. Mit anderen Worten, was wir uns subjektiv einprägen, wird sich objektiv also gegenständlich manifestieren. Ihre Sinne oder ihr Bewusstsein erleben hautnah mit, wie sich ihr Ziel verwirklicht. Wenn das Bewusstsein registriert, dass Wasser in Wein verwandelt wurde, dann registriert es gleichzeitig auch das erhörte Gebet. Wir könnten das Wasser auch als die unsichtbare, formlose, geistige Macht bezeichnen, das nicht konditionierte Bewusstsein. Wein ist das konditionierte Bewusstsein oder der Geist, der das, wovon er überzeugt ist, in der Welt gebiert. Die Diener, die für sie das Wasser schöpfen, stehen für die Gefühle des Friedens, der Zuversicht und des Vertrauens. In Übereinstimmung mit ihrem Vertrauen und ihren Gefühlen wird auch ihre Wunschvorstellung zu ihnen gezogen, ja, von ihnen angezogen. Verinnerlichen sie diese geistigen Prinzipien, die wir in diesem Hörbuch diskutieren, wertschätzen sie sie, verlieben sie sich in sie. Der Bericht von Jesus erstem Wunder macht deutlich, dass Gebet ein Hochzeitsmahl ist, bei dem der Geist sich mit dem Wunsch vereinigt. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Eigentlich ist die Liebe eine emotionale Bindung, ein Gefühl des Einsseins mit ihrem Schnittraum. Was sie lieben, dem müssen sie treu sein. Sie müssen ihrer Bestimmung und ihrem Ideal gegenüber Loyal sein. Wenn wir mit Angst, Zweifel, Sorge, Furcht oder falschen Überzeugungen flirten oder weitere Ehen unterhalten, sind wir dem, den wir lieben, nicht mehr treu. Liebe ist ein Zustand des Einsseins, ein Zustand der Erfüllung. Als als ich der oben erwähnten Beteilbarin des Friseursalons diesen einfachen Vorgang erklärte, erfuhr sie geistigen Reichtum. Sie verstand diesen Vorgang und setzte ihn praktisch in ihrem Leben um. Und so betete sie. Sie wusste, dass das Wasser ihr eigener Geist fließen und all die leeren Gefäße füllen würde, weil dies die schlichte Reaktion auf ihre neue Denkweise und ihre neuen Gefühle war. Am Abend versetzte sich diese Klientin bewusst in einen Zustand der Ruhe und Stille. Sie entspannte ihren Körper und begann konstruktive Bilder herauf zu beschwören. Dabei machte sie sich folgende Schritte zunutze. Erster Schritt. Sie begann sich vorzustellen, wie der Direktor ihrer Bank ihr zu ihren großartigen Ersparnissen gratulierte. Das stellte sie sich gute fünf Minuten lang vor. Zweiter Schritt. In ihrer Vorstellung hörte sie ihre Mutter zu sich sagen, ich freue mich so über deine wunderbare neue Stellung. Drei bis fünf Minuten lang hörte sie, wie ihre Mutter voller Glück und Freude diese Worte sagte. Dritter Schritt. Sie stellte sich lebhaft vor, wie der Autor vor ihr stand und eine Hochzeitszeremonie durchführte. Diese Frau hörte mich in meinem Amt als Pfarrer sagen, ich erkläre euch nun zum Mann und Frau. Sobald sie diese tägliche Routine vollendet hatte, ging sie in einem Gefühl der Erfüllung schlafen. Sie spürte und fühlte in ihrem Inneren die Freude über das erhörte Gebet. Drei Wochen lang geschah gar nichts. Tatsächlich verschlimmerte sich ihre Lage sogar, dennoch hielt sie durch und weigerte sich einfach ein Nein als Antwort zu akzeptieren. Ihr war klar, dass auch sie, wenn sie geistig wachsen wollte, ihr erstes Wunder wirken und ihre Angst in Zuversicht, ihr Gefühl des Mangels in ein Gefühl der Fülle und des Wohlstands verwandeln musste, indem sie ihr Bewusstsein, das Wasser, auf die Umstände, Bedingungen und Erfahrungen hin ausrichtete, deren Verwirklichung sie ersehnte. Bewusstsein, Gewahrsein, das Prinzip, Geist, Sein oder welchen Namen sie ihm auch geben wollen, ist die Ursache aller Dinge. Es ist die einzige Präsenz, die einzige Macht. Die geistige Macht oder der Geist in uns ist die Ursache und die Substanz aller Dinge. Alle Vögel, Bäume, Sterne, die Sonne, der Mond, die Erde, Gold, Silber und Platin etc. sind die Manifestationen dieser Macht. Sie ist die Ursache und die Substanz aller Dinge. Es gibt niemanden außer ihr. Nachdem sie das verstanden hatte, wusste sie, dass das Wasser, Bewusstsein, sich in Versorgung verwandeln konnte, und zwar in Form von Geld, dem rechten Platz und Selbstverwirklichung für sich selbst, Gesundheit für ihre Mutter, sowie einem Gefährten und Erfüllung in ihrem Leben. Diese einfache und doch so elementare Wahrheit wurde ihr binnen eines Wimpernschlags urplötzlich klar, und sie sagte zu mir, ich akzeptiere die Erfüllung meiner Wünsche. Sie wusste, dass uns nichts verborgen bleibt. Gott ist in uns und wartet nur darauf, dass wir ihn entdecken und ersuchen. Es dauerte keinen Monat, da war diese junge Frau verheiratet. Der Autor führte die Zeremonie durch. Ich sprach die Worte, die sie mich in ihrem meditativen, entspannten Bewusstseinszustand wieder und wieder hatte sagen hören. Ich erkläre euch zu Mann und Frau. Als Hochzeitsgeschenk erhielt sie von ihrem Mann einen Scheck über 24.000 Dollar und eine Weltreise. Ihre neue Aufgabe bestand nun nicht mehr darin, die Haarpracht anderer Leute zu verschönern, sondern ihr eigenes Haus und ihren Garten zu pflegen und die Wüste ihres Geistes erblühen und gedeihen zu lassen. Sie hatte Wasser in Wein verwandelt. Ihre unerschütterliche, wahrhaftige, freudvolle, bildliche Vorstellung prägte und konditionierte das Wasser bzw. ihr Bewusstsein. Diese Vorstellung kommt, wenn sie regelmäßig und systematisch mit tiefem Vertrauen in die Macht des Unterbewusstseins genährt wird, aus der Dunkelheit, dem Unterbewusstsein hervor und tritt ins Licht, als Projektion auf der Leinwand aus Raum und Zeit. Es gibt nur eine wichtige Regel. Setzen Sie diesen gerade erst entwickelten Film niemals dem grellen und zerstörerischen Licht von Angst, Zweifel, Verzagtheit und Sorge aus. Wenn Sorge oder Angst an Ihre Tür klopfen, kehren Sie augenblicklich zurück zu dem Bild, das Sie im Geiste erschaffen haben, und sagen Sie sich, in der Dunkelkammer meines Geistes entwickelt sich ein herrliches Bild. Tränken Sie dieses Bild mit Freude, Zuversicht und Verständnis. Sie wissen, dass Sie sich eines psychologischen, geistigen Gesetzes bedient haben. Denn was wir uns einprägen, das muss sich manifestieren. Es ist einfach wunderbar. Ich werde Ihnen jetzt einen absolut sicheren Weg zeigen, wie Sie all den materiellen Reichtum und die finanzielle Versorgung manifestieren können, die Sie Ihr Leben lang brauchen. Wenn Sie diese Formel ernsthaft und aufrichtig anwenden, sollten Sie auf der äußeren Ebene reichen Lohn erhalten. Ich werde das am Beispiel eines Mannes illustrieren, der mich in London aufsuchte und sich damals in einer verzweifelten finanziellen Lage befand. Er war Mitglied der anglikanischen Kirche und hatte sich bereits ein wenig mit der Funktionsweise des Unterbewusstseins beschäftigt. Ich sagte ihm, er solle jeden Tag so oft wie möglich sagen, Gott ist die Quelle meiner Versorgung, und mein gesamter Bedarf wird jederzeit und überall gedeckt. Denken Sie auch an all die Tiere, die in unserer Welt leben, und all die Galaxien im Weltall, für die ebenfalls eine unendliche Intelligenz sorgt. Schauen Sie sich die Natur an. Sie ist großzügig, verschwenderisch und freigiebig. Denken Sie an die Fische im Meer, die alle ernährt werden, ebenso wie die Vögel unter dem Himmel. Allmählich wurde ihm bewusst, dass seit seiner Geburt für ihn gesorgt worden war. Seine Mutter hatte ihn genährt, sein Vater ihn gekleidet, der war behütet gewesen von zärtlich lebenden Eltern. Der Mann fand eine Anstellung und wurde vorzüglich entlohnt. Er kam zu dem Schluss, dass es schlicht unlogisch sei, zu glauben, dass das Prinzip des Lebens, das ihm das Leben geschenkt und stets für ihn gesorgt hatte, plötzlich aufhören sollte, sich um ihn zu kümmern. Er erkannte, dass er selbst sich von der Versorgung abgeschnitten hatte, indem er seinem Arbeitgeber grollte, sich selbst verurteilte und kritisierte und sich als unwürdig empfand. Psychologisch betrachtet hatte er das Band zerschnitten, das ihn an die unerschöpfliche Quelle aller Dinge, den ihm innewohnenden Geist oder das Prinzip des Lebens, das manche auch als Bewusstheit oder Bewusstsein bezeichnen, angebunden hatte. Der Mensch wird nicht auf dieselbe Weise genährt wie die Vögel. Er ist gefordert, bewusst mit der ihm innewohnenden Macht und Präsenz zu kommunizieren und durch sie Führung, Stärke, Vitalität und all die Dinge zu erhalten, die er zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigt. Dies ist die Formel, mit der oben genannter Mann das Wasser in den Wein der Fülle und des finanziellen Erfolgs verwandelte. Er erkannte, dass Gott oder die geistige Macht in seinem Innern die Ursache aller Dinge ist. Außerdem erkannte er, dass er Fülle und Versorgung im Außen manifestieren konnte, wenn es ihm nur gelang, sich selbst die Vorstellung zu verkaufen, dass er durch göttliches Recht einen Anspruch auf Wohlstand besaß. Die Affirmation, die er verwendete, lautete wie folgt. Gott ist die Quelle meiner Versorgung. All meine finanziellen Bedürfnisse finden ebenso wie all meine anderen Bedürfnisse zu jeder Zeit und überall Erfüllung. Und immer bleibt ein göttlicher Überschuss zurück. Diese einfache Aussage, die er klugerweise möglichst häufig und ganz bewusst für sich wiederholte, konditionierte seinen Geist schließlich auf ein Wohlstandsbewusstsein. Dazu musste er nichts weiter tun, als sich selbst diese positive Vorstellung zu verkaufen, und zwar genau so, wie ein guter Verkäufer sich selbst die Vorzüge seines Produkts verkaufen können muss. Ein solcher Mensch ist vollkommen überzeugt von der Integrität seines Unternehmens, von der hohen Qualität des Produkts, dem guten Dienst, den es dem Kunden erweisen wird, der Tatsache, dass der Verkaufspreis stimmt, etc. Ich sagte ihm, er sollte, wann immer ihm negative Gedanken in den Sinn kämen, was gewiss ab und zu geschehen würde, nicht gegen sie ankämpfen und auch nicht mit ihnen hadern, sondern sich einfach die geistige Formel wieder ins Gedächtnis rufen und sie still und liebevoll in Gedanken wiederholen. Manchmal kamen die negativen Gedanken in Lawinen, als eine Flut von Negativität. Doch stets begegnete er ihnen mit seiner positiven, unerschütterlichen und unverbrüchlichen Überzeugung, Gott nährt mich in allen Belangen, und es gibt immer einen göttlichen Überschuss in meinem Leben. Er erzählte mir, dass manchmal, wenn er im Auto unterwegs war oder der täglichen Routine nachging, eine Unmenge verschiedenster negativer Gedanken seinen Geist überschwemmte. Es waren Gedanken wie, es ist hoffnungslos, du bist pleite. Immer wenn er von solchen negativen Gedanken heimgesucht wurde, verweigerte er ihnen einfach den Zutritt, indem er sich auf die ewige Quelle des Wohlstands, der Gesundheit und all dessen konzentrierte, was er als sein eigenes geistiges Bewusstsein erkannte. Entschlossen und voll positiver Überzeugung verkündete er, Gott ist die Quelle meiner Versorgung, und diese Versorgung steht mir jetzt in diesem Augenblick zur Verfügung. Oder, es gibt eine göttliche Lösung, Gottes Reichtum ist auch mein Reichtum, und andere affirmative, positive Aussagen, die seinen Geist mit Hoffnung, Vertrauen, Erwartung und letztendlich der festen Überzeugung von der Existenz einer fortwährend überfließenden Quelle des Reichtums erfüllte, die all seine Bedürfnisse reichlich, freudvoll und unaufhörlich befriedigte. Die negative Gedankenflut überwältigte ihn manchmal bis zu fünfzigmal in einer Stunde. Doch jedes Mal weigerte er diesen Gangstern, Meuchelmördern und Dieben, die ihn nur seines Friedens, Wohlstands, Erfolgs und aller guten Dinge berauben würden, den Zugang zu seinem Geist. Stattdessen öffnete er die Tore seines Geistes für Gottes ewiges Lebensprinzip der Versorgung, das ihn in Form von Wohlstand, Gesundheit, Energie, Kraft und all jener Dinge durchströmte, die er brauchte, um ein erfülltes und glückliches Leben führen zu können. Als er sich von diesem Vorgehen nicht abbringen ließ, klopften am folgenden Tag schon nicht mehr ganz so viele Diebe an seine Tür. Am dritten Tag verringerte sich der Strom der negativen Besucher noch weiter. Am vierten Tag kamen sie nur noch selten, in der Hoffnung doch noch Einlass zu finden, doch wiederum erhielten sie die geistige Antwort, Kein Einlass, ich akzeptiere nur Gedanken und Vorstellungen, die meinen Geist aktivieren, heilen, segnen und inspirieren. Er konditionierte sein Bewusstsein bzw. seinen Geist neu und eignete sich ein Wohlstandsbewusstsein an. Denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich hat er keine Macht. Gleiches traf auch auf seinen Geist zu. Negative Gedanken, Angstmangel, Sorge, Furcht kamen. Aber sein Geist reagierte nicht darauf. Er war immun geworden, berauscht von Gott und vollkommen durchdrungen von einem göttlichen Vertrauen auf ein Bewusstsein der Fülle, das sich stetig ausdehnte und auf die finanzielle Versorgung. Dieser Mann hat mitnichten alles verloren und er ging auch nicht bankrott. Man verlängerte seinen Kredit, seine Geschäfte erholten sich, neue Türen öffneten sich und er war überaus erfolgreich. Wenn Sie beten, bedenken Sie immer eines. Sie müssen Ihren Idealen, Ihrer Bestimmung und Ihrer Zielsetzung stets treu bleiben. Vielen Menschen gelingt es nicht, Wohlstand und finanziellen Erfolg zu erlangen, weil sie auf zweierlei Art beten. Sie versichern sich, dass Gott Ihre Versorgung und Ihnen göttlicher Erfolg bestimmt sei. Doch schon ein paar Minuten später verleugnen Sie Ihre eigenen Worte, indem Sie sagen, ich kann diese Rechnung nicht bezahlen, ich kann mir das und das nicht leisten. Oder Sie reden sich ein, ich werde von einem Fluch verfolgt, ich werde nie über die Runden kommen, ich habe nie genug, um zurechtzukommen. Solche Aussagen sind ungeheuer destruktiv und machen die Wirkung all Ihrer positiven Gebete zunichte. Das meine ich damit, wenn ich sage, Sie beten auf zweierlei Art. Was Ihre Pläne und Ziele betrifft, so müssen Sie zuversichtlich sein. Sie müssen Ihrem Bewusstsein der geistigen Macht treu bleiben. Hören Sie damit auf, schlechte Ehen einzugehen, also sich mit negativen Gedanken, Ängsten und Sorgen zu vereinen. Ein Gebet ist wie ein Kapitän, der den Kurs seines Schiffes bestimmt. Sie müssen ein klares Ziel vor Augen haben. Sie müssen wissen, wohin Sie wollen. Der Kapitän des Schiffes kennt die Gesetze der Navigation und korrigiert immer wieder seinen Kurs. Wenn das Schiff durch Stürme oder unruhige Gewässer von seinem Kurs abgebracht wird, führt er es ruhig auf seinen eigentlichen Kurs zurück. Sie sind der Kapitän auf der Brücke und erteilen Ihre Anweisungen in Form von Gedanken, Gefühlen, Meinungen, Überzeugungen, Stimmungen und der geistigen Einstellung. Behalten Sie das Schiff im Auge. Wohin Ihr Blick geht, da ist Ihr Ziel. Hören Sie auf, über all die Hindernisse, Verzögerungen und Hemmnisse nachzudenken, die Sie vom Kurs abbringen könnten. Seien Sie entschlossen, positiv. Entscheiden Sie sich, wohin Sie wollen. Seien Sie sich bewusst, dass Ihre geistige Einstellung das Schiff ist, das Sie von dem Gefühl von Mangel und Begrenzung hin zu einem Gefühl von Fülle und zu der Überzeugung bringen wird, dass das unabänderliche Gesetz Gottes auch für Sie wirksam ist. Quimby, der nicht nur Arzt, sondern auch ein hervorragender Schüler und Lehrer der geistigen Gesetze war, sagte, der Mensch handelt so, wie er behandelt wird. Was bewegt Sie jetzt gerade? Was bestimmt darüber, wie Sie das Leben wahrnehmen? Die Antwort lautet wie folgt, Ihre Vorstellungen, Überzeugungen und Ansichten aktivieren Ihren Geist und konditionieren Sie so, dass Sie selbst, wie Quimby es formulierte, zur Verkörperung Ihrer Überzeugungen werden. Das offenbart die Richtigkeit von Quimbys Aussage, der Mensch ist fleischgewordener Glaube. Eine andere gängige Aussage Quimbys lautet, unsere Gedanken vermischen sich wie einzelne Atmosphären und jeder Mensch hat innerhalb dieser Atmosphären eine eigene Identität. Als Kind waren Sie den Stimmungen, Gefühlen, Überzeugungen und der allgemeinen geistigen Atmosphäre Ihres Elternhauses ausgesetzt. Die engste Befürchtungen der Aberglaube, aber auch die religiöse Weltanschauung und die religiöse Überzeugung der Eltern prägten sich in Ihren Geist ein. Nehmen wir einmal an, ein Kind ist in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem Armut herrschte, wo in finanzieller Hinsicht nie genug vorhanden war, um gut über die Runden zu kommen. Dieses Kind wäre stets mit Klagen über Mangel und Einschränkung konfrontiert gewesen. Man könnte wie Andrew Sontter, der Begründer der konditionierten Reflextherapie, davon ausgehen, dass dieses Kind auf Armut konditioniert wurde. Als Erwachsener wird dieser Mensch vielleicht von einem Armutskomplex geplagt, der sich auf seine frühkindlichen Erfahrungen, seine Ausbildung und Weltanschauung zurückführen lässt. Aber er kann auch diese Situation überwinden und wahrhaftig frei werden, und zwar durch die Macht des Gebets. Ich kannte einmal einen jungen Mann, er war damals 17 Jahre alt, der in einem New Yorker Stadtviertel namens Hell's Kitchen geboren war. Er hörte sich einige Vorträge an, die ich damals in der Steinway Hall in New York gehalten hatte. Dieser Junge erkannte, dass er ein Opfer seines negativen, destruktiven Denkens geworden war, und dass sich, wenn er seinen Geist nicht an konstruktiven Dingen neu ausrichtete, die Gedankenmuster der Welt, ihre Ängste, Misserfolge, ihr Hass und ihre Eifersucht in seinem Kopf einnisten und ihn lenken würden. Der Mensch handelt so, wie er behandelt wird. Es liegt nahe, wie Quimby zweifelsohne wusste, dass, wenn ein Mensch sich nicht selbst um sein Haus, seinen Geist kümmert, der Einfluss der Irrglaube, die Ängste und Sorgen der scheinbaren Welt wie ein hypnotischer Zauber auf ihn wirken müssen. Wir sind dann gefangen in einem engstirnigen Bewusstsein, das fest an Krankheit, Tod, Unglück, Unfälle, Misserfolg, Siechtum und zahlreiche andere Katastrophen glaubt. Darum halten Sie sich an die Regel aus der Bibel. Geht aus von ihnen und sondert euch ab. Identifizieren Sie sich mental wie auch emotional mit den ewigen Wahrheiten, die die Zeiten überdauert haben. Dieser junge Mann beschloss, selbst zu denken und zu planen. Er beschloss, die königliche Straße zum Reichtum zu beschreiten, indem er Gottes Fülle hier und jetzt anerkannte und seinen Verstand mit geistigen Vorstellungen und Erkenntnissen speiste. Er war sich bewusst, dass er, indem er dies tat, seinen Geist ganz automatisch von allen negativen Gedankenmustern befreien würde. Dafür machte er sich eine sehr simple Vorgehensweise zunutze, die man als wissenschaftliche Imagination bezeichnet. Er hatte eine herrliche Stimme, allerdings war sie weder ausgebildet noch entwickelt. Ich erklärte ihm, dass das Bild, dem er seine gedankliche Aufmerksamkeit schenkte, sich in sein Unterbewusstsein einprägen und schließlich auch in der äußeren Welt manifestieren würde. Er verstand das als Gesetz des Geistes, als Gesetz von Aktion und Reaktion, weil das Unterbewusstsein zwangsläufig auf das mentale Bild des bewussten Denkens reagieren muss. Dieser junge Mann setzte sich zu Hause in seinem Zimmer still hin, entspannte den ganzen Körper und stellte sich lebhaft vor, wie er vor einem Mikrofon stand und sang. Irgendwann konnte er sogar spüren, wie seine Stimme sich anfühlte. Er konnte hören, wie ich ihm zu seinem wunderbaren Vortrag gratulierte und ihm sagte, wie großartig seine Stimme sei. Indem er seine Aufmerksamkeit regelmäßig und systematisch auf dieses mentale Bild ausrichtete, prägte er dieses Bild tief in sein Unterbewusstsein ein. Schon nach kurzer Zeit erkannte ein italienischer Gesangslehrer aus New York sein Potenzial und begann, ihm kostenlosen Gesangsunterricht zu erteilen. Er erhielt einen Vertrag, der ihn zu Auftritten in den Konzerthallen Europas, Asiens, Südafrikas und anderer Orte verpflichtete. Seine finanziellen Sorgen waren vorüber, denn er verdiente auch noch gutes Geld. Seine verborgenen Talente und seine Fähigkeit, sie ans Licht zu bringen, waren sein wahrer Reichtum. Diese Talente und Kräfte stecken in jedem von uns. Sie sind uns von Gott gegeben. Also bringen wir sie ans Licht. Haben Sie sich schon jemals gefragt, wie kann ich meinen Mitmenschen nützlicher sein? Wie kann ich der Menschheit einen noch größeren Dienst erweisen? Ein Pfarrersfreund erzählte mir einmal, dass er und seine Gemeinde zu seinen Anfangszeiten in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt hatten. Seine Technik oder Übung bestand in diesem schlichten Gebet, das für ihn wahre Wunder wirkte. Gott enthüllt mir einen besseren Weg, wie ich meinen Mitmenschen Gottes Wahrheiten nahebringen kann. Geld floss ihm zu. Die Grundschuld war in wenigen Jahren abgetragen und er musste sich seither nie wieder um Geld sorgen. Da Sie dieses Kapitel hören, haben Sie vermutlich inzwischen erkannt, dass die inneren Gefühle, Stimmungen und Überzeugungen eines Menschen stets auch seine äußere Welt beeinflussen und beherrschen. Die inneren Bewegungen des Geistes lenken unsere Bewegungen im Außen. Wenn wir das Außen ändern wollen, müssen wir unser Inneres ändern. Wie im Himmel, so auf Erden. Oder anders ausgedrückt, was sich in meinem Geist oder Bewusstsein abspielt, das spiegelt sich auch in meinem Körper, meinen Lebensumständen und meiner Umgebung wider. In der Bibel heißt es, denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werde. Wenn Sie also beispielsweise krank werden, dann zeigt sich dadurch ein mentales oder emotionales Muster, hinter dem sich die Ursache Ihrer Erkrankung verbirgt. Beobachten Sie einmal, wie sich Ihr Gesicht, Ihre Augen, Ihre Gesten, Ihre Muskelspannung, ja selbst Ihr Gang und Ihre Haltung verändern, wenn Sie sich ärgern oder eine schlechte Nachricht bekommen. Ihr ganzer Körper offenbart Ihren inneren Aufruhr. Nun könnten Sie natürlich durch mentale Disziplin und Gebet Ihre Selbstsicherheit, Gelassenheit und Ruhe aufrechterhalten und sich weigern, Ihre verborgenen Gefühle oder Gemütszustände zu offenbaren. Sie könnten Ihren Muskeln befehlen, sich zu entspannen und Sie müssten Ihnen gehorchen. Ihre Augen, Ihr Gesicht, Ihre Lippen würden keinerlei Anzeichen von Trauer, Ärger oder Niedergeschlagenheit erkennen lassen. Andererseits könnten Sie aber auch mit ein wenig Disziplin, durch Gebet und Meditation gleich das ganze Bild in sein Gegenteil verkehren. Selbst wenn Sie eine verstörende Nachricht bekommen, können Sie, ganz gleich wie ernst die Lage ist, immer noch Freude, Frieden, Entspannung und Vitalität ausstrahlen. Niemand würde je erraten, dass Sie gerade eine sogenannte schlechte Nachricht erhalten haben. Ganz gleich, was für Nachrichten Sie heute ereilt haben. Sie können jetzt zum Spiegel gehen und sich Ihr Gesicht, Ihre Lippen, Ihre Augen und Ihre Gestik anschauen, während Sie sich vorstellen, dass Sie gerade ein riesiges Vermögen erhalten haben. Schmücken Sie diese Szene aus. Fühlen Sie sie. Lassen Sie sich davon durchdringen und beobachten Sie, wie Ihr ganzer Körper auf dieses Gefühl reagiert. Sie können jede Situation durch Gebet in Ihr Gegenteil verkehren. Beschäftigen Sie Ihren Geist mit Gedanken des Friedens, des Erfolgs, des Wohlstands und des Glücks. Identifizieren Sie sich mit diesen Gedanken. Mental, emotional und bildlich. Machen Sie sich ein Bild von sich selbst, wie Sie gern sein möchten. Nähren Sie dieses Bild mit Freude, Zuversicht und froher Erwartung. Am Ende werden Sie erleben, wie es Wirklichkeit wird. Wenn mich Menschen wegen finanzieller Probleme konsultieren, dann sage ich Ihnen immer, heirate den Wohlstand. Manche verstehen, worum es geht, andere nicht. Wenn Sie die Bibel studieren, dann wissen Sie, dass Ihr Weib immer das ist, womit Sie sich geistig verbinden, womit Sie vereint oder eins sind. Mit anderen Worten, was Sie erfassen und glauben können, das werden Sie empfangen. Wenn Sie daran glauben, dass die Welt kalt, grausam und unfreundlich ist, dass das Leben ein Kampf nach dem Motto jeder gegen jeden ist, dann ist genau das Ihr Lebenskonzept. Sie sind mit diesem Konzept verheiratet, und diese Ehe wird Kinder oder Nachkommen hervorbringen. Die Kinder einer solchen geistigen Ehe oder Überzeugung sind Ihre Erfahrungen, Ihre Lebensumstände und Ihre Umgebung sowie alle Ereignisse in Ihrem Leben. All Ihre Erfahrungen und Reaktionen auf das Leben sind nur ein Abbild der Gedanken, die Ihnen vorangingen. Schauen Sie sich nur einmal all die Weiber an, mit denen ein durchschnittlicher Mensch so lebt, Angst, Zweifel, Furcht, Vorwürfe, Eifersucht und Zorn. Sie verwüsten seinen Geist. Vermählen Sie sich doch lieber mit dem Wohlstand, indem Sie sagen, fühlen und glauben, Gott füllt aus all meine Notdurft nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit. Oder nehmen Sie folgende Aussage und wiederholen Sie sie ganz bewusst wieder und wieder, bis Ihr Bewusstsein darauf konditioniert ist oder sie Teil Ihrer Meditation wird. Ich bin göttlicher Ausdruck und erhalte ein herrliches Einkommen. Allerdings dürfen Sie das nicht einfach nur nachplappern wie ein Papagei. Sie müssen es in dem Wissen sagen, dass Ihre Gedankengänge sich fest in Ihre tieferen Schichten Ihres Geistes einprägen und dort zu einem konditionierten Bewusstseinszustand werden. Füllen Sie diese Phrase mit Bedeutung, durchtränken Sie sie mit Leben, Liebe und Gefühl und erwecken Sie sie damit zum Leben. Einer meiner Schüler eröffnete vor kurzem ein Restaurant. Er rief mich an und erzählte mir, dass er sich mit einem Restaurant vermählt habe. Damit meinte er, dass er fest entschlossen war, überaus erfolgreich, fleißig und ausdauernd zu sein und sein Geschäft florierend zu sehen. Das mentale Vibe dieses Mannes war sein Glaube an die Verwirklichung seines Wunsches oder seines Zieles. Identifizieren Sie sich mit Ihrem Ziel im Leben und lassen Sie sich nicht auf eine gedankliche Ehe mit Vorwürfen, Selbstzweifeln, Zorn, Angst und Sorgen ein. Schenken Sie Ihre Aufmerksamkeit ausschließlich Ihrem erwählten Ideal und bleiben Sie voller Vertrauen auf das unausweichliche Gesetz des Wohlstands und des Erfolgs. Glauben Sie daran. Wenn Sie Ihrem Ideal in einem Moment Ihre Liebe schenken und es im nächsten Moment schon verleugnen, erreichen Sie gar nichts. Das ist, als würden Sie Säure mit Lauge mischen. Sie bekämen lediglich eine neutrale Substanz. Wenn Sie die königliche Straße zum Reichtum beschreiten, müssen Sie Ihrem erwählten Ziel, Ihrer Ehefrau, Ihrem Ehemann, treu ergeben bleiben. In der Bibel finden wir Beispiele, die sich auf eben diese Wahrheiten beziehen. Eva wurde aus Adams Rippe erschaffen. Ihre Rippe ist ihr Konzept, ihr Wunsch, ihre Idee, ihr Plan oder ihr Ziel im Leben. Eva steht für Emotionen, für die fühlende Natur oder das innere Befinden. Mit anderen Worten, Sie müssen Ihren Gedanken eine Mutter sein. Die Gedanken wollen bemuttert, geliebt und als wahrhaftig empfunden werden, wenn sie sich in Ihrem Leben manifestieren sollen. Der Gedanke ist der Vater, die Emotionen sind die Mutter. Dies ist das Hochzeitsfest, das in jeder Sekunde in Ihrem Geiste gefeiert wird. Pidi Ospensky sprach noch von einem dritten Element, das bei der Vereinigung Ihres Wunsches mit dem Gefühl eine Rolle spielt oder sich aus ihr bildet. Er bezeichnete es als das neutrale Element. Wir könnten es Frieden nennen. Denn Gott ist Frieden. In der Bibel heißt es, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Mit anderen Worten, lassen Sie sich von der göttlichen Weisheit leiten. Übertragen Sie der subjektiven Weisheit in Ihrem Inneren die Führung und lassen Sie sich von ihr leiten und lenken in all Ihrem Tun. Überantworten Sie Ihre Bitte dieser innewohnenden Präsenz, in dem tiefen Wissen Ihres Herzens und Ihrer Seele, dass Sie alle Sorge zerstreuen, alle Wunden heilen und Ihre Seele wieder zu Gleichmut und Gelassenheit verhelfen wird. Öffnen Sie Ihren Geist und Ihr Herz und sagen Sie, Gott ist mein Pilot, er lenkt mich, er sorgt für mich, er gibt mir Rat. Beten Sie am Morgen wie auch am Abend, ich bin der Kanal, durch den unaufhörlich und frei Gottes Reichtum fließt, in all seiner Fülle. Schreiben Sie sich dieses Gebet in Ihr Herz, tragen Sie es ein in Ihren Geist, halten Sie sich stets an Gottes Herrlichkeit. Ein Mensch, der nicht weiß, wie sein eigener Geist arbeitet, trägt eine schwere Last, er ist voller Ängste und Sorgen. Er hat nicht gelernt, diese Last der ihm innewohnenden Präsenz anzuvertrauen und frei zu sein. Ein Sennmönch wurde von seinem Schüler gefragt, was ist Wahrheit? Der Meister gab ihm symbolisch Antwort, indem er den Sack von seiner Schulter nahm und ihn auf den Boden stellte. Da fragte ihn der Schüler, Meister, wie funktioniert das? Der Sennmönch schwang sich immer noch schweigend den Sack wieder über die Schulter und setzte singend seinen Weg fort. Der Sack ist Ihre Last oder Ihr Problem. Sie übergeben sie an die subjektive Weisheit, die allwissend ist und über das Know-how verfügt, jedes Ziel zu erreichen. Sie allein kennt die Antwort. Sich den Sack wieder auf die Schulter zu laden, bedeutet, dass wir zwar das Problem noch nicht beseitigt haben, nun aber geistig frei geworden sind von der Last, denn wir haben die göttliche Weisheit angerufen. Darum können wir ein Lied des Triumphes anstimmen, weil wir genau wissen, dass unser Gebet erhört wird und für die Freude singen, die auf uns wartet. Es ist einfach herrlich. Jeder Mann gibt zum ersten guten Wein und wenn sie trunken geworden sind, als dann den geringeren. Du hast den guten Wein bisher behalten. Das trifft wohl auf jeden zu, der zum ersten Mal von den Gesetzen des Geistes hört. Voller Übermut und Ambitionen macht er sich auf den Weg. Er ist der neue Besen, der am besten kehrt und er ist voller guter Absichten. Oft aber vergisst er die Quelle dieser Macht. Er bleibt dem ihm innewohnenden wissenschaftlichen wirksamen Prinzip, das ihn von seinen negativen Erfahrungen befreien und ihn auf den Weg zu Freiheit und innerem Frieden bringen könnte, nicht treu. Er fängt wieder an, geistig und emotional in Vorstellungen und Gedanken zu schwelgen, die in keinerlei Zusammenhang zu seinem erklärten Ziel stehen. Anders ausgedrückt, er ist seinem Ideal oder seinem Eheweib nicht treu. Seien Sie sich bewusst, dass das subjektive beziehungsweise tiefere Selbst in Ihrem Innern Ihre Bitte sehr wohl erhören und da es gleichsam der große Schöpfer ist, auf seine ganz eigene Weise darauf reagieren wird. Das Einzige, was Sie zu tun haben, ist, Ihre Bitte voller Vertrauen und Zuversicht freizugeben. Ganz ähnlich, wie Sie auch einen Samen in die Erde pflanzen oder einem Freund einen Brief schreiben würden, in der Gewissheit, dass eine Antwort kommen wird. Sind Sie schon einmal zwischen zwei großen Felsen entlanggegangen und haben dem Echo Ihrer eigenen Stimme gelauscht? Genauso antwortet auch das Ihnen innewohnende Lebensprinzip auf Ihre Bitten. Sie werden es als das Echo Ihrer eigenen Stimme vernehmen. Ihre Stimme entspricht den inneren gedanklichen Bewegungen Ihres Geistes, Ihrer inneren seelischen Reise, auf der Sie sich gedanklich an Ihrer Vorstellung labten, bis Sie zur Gänze gesättigt waren. Und dann bruten Sie. Nun, da Sie dieses Gesetz und seine Anwendung kennen, sorgen Sie stets dafür, dass Sie niemals trunken werden von Macht, Arroganz, Stolz oder Hochmut. Nutzen Sie die Gesetze ausschließlich, um andere wie auch sich selbst zu segnen, zu heilen, zu inspirieren und emporzuheben. Manche Menschen missbrauchen das Gesetz, um andere eigennützig zu übervorteilen. Wenn Sie das tun, verletzen Sie nur sich selbst und laden den Verlust in Ihr Leben ein. Macht, Sicherheit und Reichtum kann man nicht im Außen erlangen. Sie steigen aus der Schatzkammer der Ewigkeit in Ihrem Innern empor. Wir müssen begreifen, dass der gute Wein nie zur Neige geht, denn Gott ist das ewige Jetzt. Ganz gleich, wie Ihre momentanen Lebensumstände aussehen mögen, Sie können sich stets vergegenwärtigen, dass Sie immer zu Ihrem Ideal zurückfinden, wenn Sie sich im Geiste von Ihrem Problem lösen, sich auf den Aussichtsturm begeben und die Angelegenheit dem Schöpfer überlassen. Sich auf den Aussichtsturm zu begeben heißt, Sie malen sich Ihr Ziel in allen Farben aus, Sie sehen Ihr neues Selbstbild ganz lebendig vor sich, Sie vermählen sich mit ihm und nähren diesen Glückszustand, in dem Sie zuversichtlich bleiben, voller Vertrauen bei jedem Schritt, den Sie auf Ihrem Weg gehen. Denn Sie wissen, dass der Wein der Freuden, das erhörte Gebet, bereits auf dem Weg zu Ihnen ist. Jetzt ist der Tag des Heils, das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Du hast den guten Wein bisher behalten. Sie können gleich jetzt, in diesem Augenblick, im Geiste Ihrer Innenwelt bereisen und in Gedanken, mit Hilfe göttlicher Imagination, jeden gewünschten Seinszustand erlangen. Ob Reichtum, Gesundheit oder eine Erfindung, alles ist zunächst einmal unsichtbar. Alles steigt aus dem Unsichtbaren empor. Sie müssen sich den Reichtum subjektiv zu eigen machen, ehe Sie ihn tatsächlich besitzen können. Das Gefühl von Wohlstand drängt Wohlstand hervor. Denn Wohlstand ist ein Bewusstseinszustand. Das bedeutet, dass Sie dem, was Sie denken, fühlen, glauben, Ihre gedankliche Zustimmung geben. Eine Lehrerin aus Kalifornien, die im Jahr um die fünf oder sechstausend Dollar verdiente, entdeckte in einem Schaufenster einen wunderschönen Pelzmantel, der achttausend Dollar kostete. Sie sagte sich, es würde Jahre dauern, bis ich diesen Geldbetrag zusammengespart hätte. Das könnte ich mir niemals leisten. Ach, wie gern ich den Mantel doch hätte. Sie hörte unsere Vorträge immer Sonntagmorgens. Sie lernte, dass sie, wenn sie nur aufhörte, sich mit diesen negativen Gedanken zu vermählen, sehr wohl einen Mantel, ein Auto oder alles, was sie sich sonst noch wünschte, haben konnte, ohne dabei irgendeinem Menschen zu schaden. Ich sagte ihr, sie solle sich vorstellen, sie trüge diesen Mantel. Sie solle das herrliche Fell spüren und wie es sich auf ihrer Haut anfühlte. Sie fing an, sich jeden Abend, ehe sie sich schlafen legte, die Kraft ihrer Vorstellung zunutze zu machen. Sie legte den imaginären Mantel an, liebkoste und streichelte ihn wie ein Kind seine Puppe. Sie wiederholte das so lange, bis sie es tatsächlich spüren konnte. Jeden Abend, wenn sie zu Bett ging, trug sie diesen imaginären Mantel und war unendlich glücklich, ihn zu besitzen. Drei Monate vergingen und nichts geschah. Sie wollte schon aufgeben, rief sich aber in Erinnerung, dass nur das ans Licht der Welt gelangt, was man nährt. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Die Lösung wird zu den Menschen kommen, die nicht schwanken, sondern stets vom Duft seiner Präsenz umgeben sind. Die Antwort kommt zu dem Menschen, der voranschreitet im Licht der Erkenntnis, es ist vollbracht. Sie umgeben sich immer dann mit dem Duft seiner Präsenz, wenn sie ihre freudvolle, erquickliche Erwartung nähren, wenn sie sich bewusst sind, dass das Gute schon unterwegs zu ihnen ist. Sie haben es im Unsichtbaren bereits gesehen und sie werden es auch im Sichtbaren erblicken. Die Geschichte der Lehrerin nahm ein interessantes Ende. Eines Sonntagmorgens nach unserem Vortrag trat ihr versehentlich ein Mann auf die Zehen, bat vielmals um Entschuldigung, fragte sie, wo sie wohne und bot ihr an, sie nach Hause zu fahren. Mit Freuden nahm sie sein Angebot an. Bald darauf verlobten sie sich. Er schenkte ihr einen herrlichen Brillantring und sagte zu ihr, ich habe einen wunderschönen Mantel gesehen, an dir würde er wirklich atemberaubend aussehen. Es handelte sich um eben jenen Mantel, für den sie drei Monate zuvor so geschwärmt hatte. Der Verkäufer berichtete, dass sich mehr als hundert reiche Frauen diesen Mantel angesehen und ihn in höchsten Tönen gelobt, sich aber aus irgendeinem Grund immer für ein anderes Kleidungsstück entschieden hatten. Ihre Entscheidungsfähigkeit ermöglicht es ihnen, sich die Realität ihres erwählten Zieles vorzustellen. Durch festen Glauben und Ausdauer können sie auf diese Weise jedes Ziel in ihrem Leben erreichen. All der Reichtum des Himmels ist jetzt und hier in ihnen vorhanden und wartet nur darauf, endlich freigelassen zu werden. Frieden, Freude, Liebe, Führung, Inspiration, Wohlwollen und Fülle existieren hier und jetzt. Alles, was sie tun müssen, um Ausdruck von Gottes Reichtum zu werden, ist jetzt sofort aus der Gegenwart ihrer Begrenzung herauszutreten, eine gedankliche Vision zu schaffen und frohen Mutes einst zu werden mit ihrem Ideal. Nachdem sie in Augenblicken des Hochgefühls die Erfüllung ihrer Wünsche bereits gesehen und gespürt haben, können sie gewiss sein, dass sie schon bald erleben, wie sich ihr Wunschbild auf ihrem Weg durch Raum und Zeit verwirklicht. Wie innen, so außen, wie oben, so unten, wie im Himmel, so auf Erden. Oder anders gesagt, ihr Glaube wird Wirklichkeit werden. Der Mensch ist lebendig gewordener Glaube. Über Dr. Joseph Murphy Joseph Murphy wurde am 20. Mai 1898 in einer kleinen Stadt in der Grafschaft Cork in Irland geboren. Sein Vater, Dennis Murphy, war Dekan und Professor an der National School of Ireland, einer jesuitischen Einrichtung. Seine Mutter, Ellen, geborene Corneli, war Hausfrau und brachte später noch einen weiteren Sohn, John, sowie eine Tochter, Catherine, zur Welt. Joseph wuchs in einem streng katholischen Zuhause auf. Sein Vater war sehr gläubig und gehörte zu den wenigen Laienprofessuren, die eine Lehrtätigkeit an einem Jesuitenseminar inne hatten. Er verfügte über ein äußerst breites Allgemeinwissen und weckte auch in seinem Sohn den Wunsch, sich zu bilden und zu lernen. Zur damaligen Zeit durchlebte Irland wieder einmal eine seiner zahlreichen wirtschaftlichen Flauten und viele Familien litten Hunger. Obwohl Dennis Murphy eine Festanstellung hatte, reichte sein Einkommen kaum aus, um die Familie zu ernähren. Der junge Joseph besuchte die National School und war ein hervorragender Schüler. Man ermutigte ihn, das Priesteramt anzustreben und schließlich wurde er in ein Jesuitenseminar aufgenommen. Je näher jedoch sein zwanzigster Geburtstag rückte, desto stärker begann er auch den starren Katholizismus der Jesuiten zu hinterfragen und zog sich schließlich aus dem Priesterseminar zurück. Von nun an war sein erklärtes Ziel, sich mit neuen Gedanken zu beschäftigen und neue Erfahrungen zu sammeln. Ein Ziel, das er im katholisch geprägten Irland kaum verfolgen konnte. Darum verließ er seine Familie und ging nach Amerika. Als er an der zentralen Einwanderungsstelle auf Ellis Island ankam, hatte er nur fünf Dollar in der Tasche. Sein erster Plan bestand darin, eine Unterkunft zu finden. Er hatte das Glück, in einem Fremdenheim unterzukommen, wo er sich ein Zimmer mit einem Apotheker teilte, der in einer örtlichen Apotheke arbeitete. Josephs Englischkenntnisse beschränkten sich auf ein Minimum, denn sowohl in seinem Elternhaus als auch in der Schule war Gälisch gesprochen worden. Darum arbeitete Joseph wie die meisten irischen Immigranten als Tagelöhner und verdiente gerade genug, um für Unterkunft und Essen aufkommen zu können. Er freundete sich mit seinem Zimmergenossen an und fand eine Anstellung als Assistent in der Apotheke, in der sein Freund arbeitete. Sofort meldete er sich an einer Hochschule an, um Pharmazie zu studieren. Dank seines scharfen Verstands und seines Lerneifers dauerte es nicht lange, bis er die Abschlussprüfung bestand und ausgebildeter Pharmazeut war. Jetzt verdiente er genug Geld, um sich eine eigene Wohnung leisten zu können. Nach nur wenigen Jahren kaufte er die Apotheke und führte in den folgenden Jahren ein erfolgreiches Geschäft. Als die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eintraten, wurde Joseph in die Armee einberufen und diente im medizinischen Chor der 88. Infanteriedivision als Sanitäter. Zu jener Zeit begann sein Interesse an der Religion wieder aufzuflammen und er las sehr viel über unterschiedliche religiöse Glaubensrichtungen. Nach seiner Entlassung aus der Armee kehrte er nicht wieder in seinen alten Beruf als Pharmazeut zurück, er unternahm ausgedehnte Reisen und belegte Seminare und Vorlesungen an diversen Universitäten innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten. Durch seine Studien entdeckte er seine Leidenschaft für die verschiedenen asiatischen Religionen und begab sich nach Indien, um mehr darüber zu erfahren. Er vertiefte sich in das Studium sämtlicher Weltreligionen seit deren Anfängen. Diese Studien sollten schließlich auch noch die großen Philosophen von der Antike bis in die Neuzeit umfassen. Obgleich er bei den klügsten und weitsichtigsten Professoren studierte, beeinflusste ihn Troward, seines Zeichens Richter, Philosoph und Professor am meisten. Richter Troward wurde Josephs Mentor. Er lehrte ihn nicht nur Philosophie, Theologie und Jura, sondern führte ihn auch in die Mystik ein, insbesondere in die Freimaurerei. Er wurde ein aktives Mitglied dieses Ordens und stieg im Laufe der Jahre in der freimaurerischen Rangfolge bis schloss sich Joseph als Geistlicher zu arbeiten und sein breites Wissen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings entsprach seine Vorstellung vom Christentum nicht gerade der traditionellen Auffassung, tatsächlich stand sie in Widerspruch zu den meisten christlichen Gemeinschaften. Darum gründete er in Los Angeles seine eigene Kirche. Zunächst konnte er nur ein paar wenige Gemeindemitglieder gewinnen, doch schon bald begann seine Botschaft der Zuversicht und der Hoffnung, die den geläufigen Predigten vieler Geistlicher über Sünde und Verdammnis zu widerliefen, viele Männer und Frauen in seine Kirche zu locken. Dr. Joseph Murphy war ein Befürworter 19. und frühen 20. Jahrhundert von Philosophen und scharfsinnigen Denkern ins Leben gerufen, die dieses Phänomen studierten und eine gänzlich neue Weltanschauung predigten, beschrieben und praktizierten. Indem sie unserer Art des Denkens und Lebens eine metaphysische, spirituelle und pragmatische Ebene hinzufügten, entdeckten sie schließlich das Geheimnis, um alles erreichen zu können, was sie aus tiefstem Herzen begehren. Die Befürworter der Neugeist Bewegung predigten eine völlig neue Weltanschauung und stellten neue Methoden vor, mit denen sich viel größere Erfolge erzielen ließen. Und wir haben das Recht, diese Methoden zu nutzen, um unser Leben zu bereichern. Allerdings können wir ihre Wirksamkeit nur dann voll ausschöpfen, wenn wir das ihnen zugrunde liegende Gesetz entdecken und uns ein Verständnis dieses Gesetzes erarbeiten, das Gott in dunkler Vergangenheit verschlüsselt niedergeschrieben zu haben scheint. Dr. Murphy war selbstverständlich nicht der einzige Geistliche, der diese frohe Botschaft predigte. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurden verschiedene neue Kirchen gegründet, deren Geistliche und Gemeindemitglieder unter dem Einfluss der Neugeistbewegung standen. So predigte man in der Church of Religious Science, Unity Church und an anderen Orten der Andacht ganz ähnliche Lebensanschauungen. Seine eigene Organisation nannte Dr. Murphy The Church of Divine Science. Mit ähnlich denkenden Kollegen veranstaltete er gemeinschaftliche Vorträge und Podiumsdiskussionen und bildete Männer und Frauen aus, die neuen Gedanken in die Welt zu tragen. Im Laufe der Jahre schlossen sich ihm einige andere Kirchen an, um gemeinsam eine Organisation unter dem Namen Federation of Divine Science ins Leben zu rufen, die als eine Art Dachverband für alle Divine Science Kirchen fungieren sollte. Jedem der Vorsitzenden einer Divine Science Kirche war es ein Anliegen, der Bildung mehr Raum zu geben. Dr. Murphy gehörte zu den Männern, die an der Gründung der Divine Science School in St. Louis Missouri beteiligt waren. Diese Schule bildete neue Geistliche aus und veranstaltete Weiterbildungsangebote für Seelsorger und Gemeindemitglieder gleichermaßen. Das alljährliche Treffen der Divine Science School war eine Pflichtveranstaltung und Dr. Murphy war bei diesen Zusammenkünften ein beliebter Redner. Er ermutigte die Anwesenden ihre Studien weiter zu betreiben und sich ständig fortzubilden, ganz besonders, was die Bedeutung des Unterbewusstseins anbelangte. Während der nächsten Jahre wuchs Dr. Murphys lokale Church of Divine Science zu so beträchtlicher Größe an, dass das Gebäude schließlich nicht mehr genügend Platz bot. Darum mietete er für seine Zwecke das Wilshire Ebel Theater in Los Angeles, ein ehemaliges Filmtheater. Seine Gottesdienste waren so gut besucht, dass selbst dieses Gebäude manchmal nicht alle Menschen aufnehmen konnte, die gern dabei sein wollten. Neben den sonntäglichen Gottesdiensten, zu denen zwischen 1300 und 1500 Menschen erschienen, erteilten Dr. Murphy und seine Angestellten auch Unterricht. Seminare und Vorträge ergänzten an den meisten Tagen und Abenden das Programm. Bis 1976 behielt die Kirche ihre Räumlichkeiten im Wilshire Ebel Theater. Danach bezog sie neue Räume in den Laguna Hills, Kalifornien. Um eine große Zahl von Menschen, die seine Botschaft hören wollten, zu erreichen, rief Dr. Murphy eine wöchentliche Radiosendung ins Leben, die schließlich mehr als eine Million Hörer erreichte. Viele seiner Anhänger wollten jedoch mehr als einen groben Überblick und schlugen ihm vor, er solle seine Vorträge und Radiosendungen auf Band aufnehmen. Zunächst zögerte er, erklärte sich dann aber doch bereit, das Experiment zu wagen. Seine Radiosendungen wurden auf Schallplatten aufgenommen, die er auf Kassetten überspielen ließ und auf dem Informationstisch in der Lobby des Wilshire Ebel Theater auslegte. Binnen einer Stunde waren sie ausverkauft und ein mit seinen Vorträgen verkauft, in denen er Texte aus der Bibel erklärte und seinen Hörern Meditationen und Gebete vorstellte, man konnte sie auch über andere Kirchen, in Buchläden oder per Post beziehen. Da die Kirche sich weiterhin vergrößerte, stellte Dr. Murphy einige Mitarbeiter ein, die ihn bei den zahlreichen Programmen, an denen er mitwirkte, unterstützten. Darüber hinaus halfen sie ihm bei der Recherche und Vorbereitung seiner ersten Bücher. Eine der erfolgreichsten Mitarbeiterinnen war die Verwaltungssekretärin Dr. Jean Wright. Die Arbeitsbeziehung entwickelte sich zu einer Liebesbeziehung und die beiden heirateten. Eine lebenslange Partnerschaft, die beider Leben zutiefst bereichern sollte. Zur damaligen Zeit in den 50er Jahren gab es nur sehr wenige größere Verlage, die an spirituellen Themen interessiert waren. Die Murphys fanden einige kleinere Verlage in der näheren Umgebung von Los einer Reihe kleiner Bücher, meist zwischen 30 und 50 Seiten, in Form einer Broschüre, die sich vor allem in Kirchen für eineinhalb bis drei Dollar pro Stück verkauften. Als die Nachfrage nach diesen Büchern so stark anstieg, dass eine zweite und auch eine dritte Auflage fällig wurden, erkannten auch die größeren Verlage einen Markt für diese Themen und nahmen Dr. Murphys Bücher in ihre Programme auf. Dank seiner Bücher, Kassetten und Radiosendungen erlangte Dr. Murphy nun auch außerhalb von Los Angeles einen hohen Bekanntheitsgrad und wurde landesweit zu Vorträgen eingeladen. Diese Vorträge beschränkten sich nicht allein auf religiöse Fragen, er sprach auch über Wertevorstellungen, die Kunst des ganzheitlichen Lebens und die Lehren der großen Philosophen, sowohl aus der westlichen Welt als auch aus fernöstlichen Kulturen. Da Dr. Murphy nie den Führerschein gemacht hatte, musste er stets dafür sorgen, dass jemand ihn zu den Vorträgen und Terminen fuhr, die sein ausgelasteter Zeitplan vorsah. Eine von Jeans Aufgaben als seine Verwaltungssekretärin und spätere Ehefrau Bestandterin, seine Arbeit zu planen, Zug- oder Flugtickets zu buchen, den Transport vom Flughafen, die Hotels und alles Übrige zu organisieren, was für seine Reisen nötig war. Die Murphys reisten viel und besuchten zahlreiche Länder dieser Erde. Besonders gefielen Joseph Murphy seine Arbeitsurlaube auf Kreuzfahrtschiffen, auf denen er Seminare gab. Diese Reisen führten ihn in viele Länder der Welt. Eine der lohnenswertesten Aufgaben von Dr. Murphy waren seine Gespräche mit Gefängnisinsassen. Viele ehemalige Strafgefangene hielten über Jahre hinweg den Kontakt zu ihm und berichteten, wie seine Worte ihr Leben grundlegend veränderten und sie dazu inspirierten, fortan ein spirituelles und sinnerfülltes Leben zu führen. Seine Vortragsreisen führten ihn quer durch die Vereinigten Staaten und in zahlreiche Länder Europas und Asiens. Bei seinen Vorträgen betonte er stets, dass es von größter Bedeutung sei, die Macht des Unterbewusstseins und die Lebensprinzipien, die auf dem Glauben an den einen Gott, an das Ich-Bin basieren, zu verstehen. Dr. Murphys kleine Bücher erfreuten sich so großer Beliebtheit, dass er begann, sie in ausführlichere, längere Werke umzuarbeiten. Seine Frau gewährte uns einen Einblick in seine Art und Methode des Schreibens. Sie berichtete, er habe seine Bücher auf einem Block geschrieben und dabei mit dem Bleistift oder Füller so sehr aufgedrückt, dass man den Abdruck des Geschriebenen noch auf der folgenden Seite lesen konnte. Während des Schreibens schien er sich in einer Art Trance zu befinden. Er hielt sich vier bis sechs Stunden ohne Unterbrechung in seinem Arbeitszimmer auf, bis er schließlich seine Arbeit beendete und verkündete, dies sei genug für den heutigen Tag. Und jeder Tag nahm den gleichen Verlauf. Nie kehrte er noch einmal in sein Arbeitszimmer zurück, um etwas fertig zu stellen. Das geschah stets erst am nächsten Morgen. Weder trank noch aß er während der Arbeit. Er war einfach nur allein mit seinen Gedanken und den Büchern seiner gigantischen Bibliothek, auf die er in seinen Schriften hin und wieder verwies. Seine Frau schirmte ihn vor Besuchern und Anrufern ab und sorgte dafür, dass seine kirchlichen und anderen Aktivitäten ihren geregelten Lauf nahmen. Dr. Murphy war stets darum bemüht, möglichst eingängig und leicht verständlich über seine Themen zu sprechen und jene Punkte besonders hervorzuheben, die eine detaillierte Erklärung für die Wirkungsweise des Unterbewusstseins auf den Einzelnen lieferten. Mit dem Fortschreiten der Technik und der Entwicklung neuer Unterhaltungsmedien präsentierte er ausgewählte Vorträge auf Kassetten, Schallplatten und später auf CDs, die als Werkzeug für so gut wie jedes Problem dienen, das einem Menschen im Laufe seines Lebens begegnen könnte. Es hat sich über viele Jahre hinweg bewährt und vielen Menschen bei der Verwirklichung ihrer Ziele geholfen. Zentrales Thema seiner Ausführungen ist dabei die unwiderlegbare Tatsache, dass die Lösung für jedes Problem in jedem Menschen selbst liegt. Äußere Faktoren können das Denken eines Menschen nicht verändern. Jeder bestimmt selbst über die Art seiner Gedanken. Wer sich also ein besseres Leben wünscht, der darf nicht im Außen nach der Lösung seiner Schwierigkeiten suchen, sondern muss seine Denkweise ändern. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Die Macht, die Dinge zum Besseren zu wenden, liegt in ihrem Geist. Wenn sie sich auf die Macht ihres Unterbewusstseins besinnen, werden sie wahrlich Berge versetzen können. Dr. Murphy schrieb im Laufe der Jahre über dreißig Bücher. Sein berühmtestes Werk, Die Macht ihres Unterbewusstseins, erschien erstmals im Jahr 1963. Es wurde auf einen Schlag zum Bestseller und gilt als eines der besten Lebenshilfebücher, die je geschrieben wurden. Das Buch hat sich millionenfach verkauft und wird auch heute noch in aller Welt publiziert. Dr. Murphy starb im Dezember 1981. Seine Frau, Dr. Jean Murphy führte nach seinem Tod sein geistliches Amt fort. In einem Vortrag, den sie 1986 hielt, machte sie mit folgendem Zitat ihres verstorbenen Mannes noch einmal dessen Philosophie lebendig. Ich möchte den Männern und Frauen dieser Welt ihren göttlichen Ursprung und die Kräfte, die in ihnen schlummern, wieder in Erinnerung rufen. Ich möchte sie darüber aufklären, dass die wahre Macht in ihrem Inneren zu finden ist und dass sie sich selbst Erlöser sein und ihre eigene Erlösung vollbringen können. Genau so steht es in der Bibel geschrieben. Die Verblendung, die in unserer heutigen Welt herrscht, ist zu 90% auf eine falsche, weil wörtliche Interpretation der großen Wahrheiten, die in diesem Buch zu finden sind, zurückzuführen. Ich hoffe, dass ich mit meinen Vorträgen eine große Mehrheit erreichen kann, den Mann von der Straße ebenso wie die Hausfrau, die von ihren Pflichten völlig vereinnahmt, permanent ihre Talente und Fähigkeiten unterdrückt. Ich möchte den Menschen helfen, die Wunder, die in ihnen verborgen liegen, zu entdecken, ganz gleich, auf welcher Bewusstseinsebene sie sich derzeit noch befinden mögen. Und über ihren Mann sagte sie, er war ein erfahrener Mystiker, beseelt vom Intellekt eines Gelehrten, vom Verstand einer erfolgreichen Führungskraft und vom Herzen eines Poeten. Seine Botschaft lautet, auf den Punkt gebracht, sie sind der König, sie sind der Herrscher ihrer Welt, denn sie sind eins mit Gott. Vertraue Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018